Was geht ab, meine sehr verehrten Damen und Herren? Mein Name ist Marvin, ich begrüße euch zu einem neuen Townall. Heute mit den zwei bezaubernden Tierstar und Magda am Start hier. Was geht ab, live aus Berlin. Was geht, was geht, was geht? Wie geht's euch? Alles gut. Sehr entspannt heute. Ja, müde, aber gut. Du bist ja durch ganz Berlin gefahren hier, um hier am Start zu sein. Ja. Nicht schlecht. Du hast echt heute eine kleine Stadttour gemacht, ne? Ja, ich kam gerade aus Zehlendorf hierher. Ja, Zehlendorf, Moabit, Schlottenburg. Ja. Wo war alles gewesen? Ja, ich bin jetzt auch ungefähr seit 16 Stunden wach. Ja, geht doch. Dann machen wir noch ein paar Stunden durch, würde ich sagen. Mach doch direkt bis morgen durch. Schlafen wird sowieso überbewertet. Alles gut. Ja. Du bist auch gut mit Energydrinks versorgt, habe ich gerade gesehen und so weiter. Von daher passt das doch. Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, euch hier heute als Gast oder als Gäste. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich jetzt eine Tauner mit mehreren Menschen auf einmal mache. Ja, könnt euch auf jeden Fall auch geehrt fühlen. Richtig Premiere, it in man. Genau. Bin auf jeden Fall froh, euch heute hier als Gäste zu haben, denn ich habe eine Menge Sachen, über die ich gerne mit euch reden wollen würde, was so Rap am Mittwoch betrifft. Und dann natürlich in Top-Tier-Takeover dann gemündet ist irgendwann mal. Wie da auch so von der Anfangszeit Entstehungsgeschichte bis dato heute alles zusammengekommen ist. Weil ich muss natürlich sagen, ich habe eine sehr logischerweise Hip-Hop-affine Community, aber bin mir auch sicher, dass der ein oder andere vielleicht so mit dem Live-Rap-Battle, mit diesem Kosmos, mit dieser Szene, vielleicht noch nicht so viel Berührung hatte. Und ich dachte mir, das ist jetzt natürlich eine ideale Möglichkeit, hier mal ein bisschen Real-Talk, ein bisschen Tacheles zu reden. Und genau, da würde ich sagen, lasst uns doch da einfach mal einsteigen. Ich weiß, Magda, du bist natürlich auch schon sehr, sehr lange dabei. Aber ich glaube, so richtig angefangen, die Wurzeln, muss man natürlich sagen, haben wir bei Andres auf jeden Fall. Weil, wie ich das so mitbekommen habe, hast du ja selber auch, sagen wir mal, angefangen als Rapper. Du hast ja als Rapper selber auch angefangen, du warst selber auch am Mic, hast dann auch selber Live-Battles gemacht. Und das war so zu deiner Haftzeit, über die du natürlich auch schon sehr oft geredet hast und das auch ganz transparent und publik machst. Du hast sozusagen während deiner Knastzeit dann angefangen, auch wirklich aktiv Texte zu schreiben oder war das vorher schon eine Passion, die du mit, sagen wir mal, hinter schwedische Gardinen genommen hast? Ja, ja, das hat alles schon lange davor begonnen. Geil. Und ich habe auch schon, also bei der längeren Haftzeit, also relativ, habe ich auch schon ein Mixtape komplett draußen gehabt. Und einzelne Songs natürlich, Features und so weiter. Und noch ein paar unveröffentlichtes Albums gab es auch noch, was später dann rauskam. Geil, okay. Okay, also du hast sozusagen nicht angefangen als Live-Battle-Rapper, sondern eher schon, du hast schon so gewollt, so Studio-Rap-technisch eine Karriere sozusagen hast du angepeilt oder was? Ja, also was heißt Karriere? So, die Laufbahn hat begonnen mit Englisch-Rap halt. In den 90s habe ich so die ersten Aufnahmen gemacht und so weiter, so 95, 96, gibt schon was. Aber auch Auftritte, auch gebuckt wurde ich schon 97, gab es halt so schon die ersten Auftritte, so habe ich noch die ganzen Flyer, die alten und so weiter. Das war so mit GBZ-Zeit, mit Specialist und so in der Zeit schon. Dann 99 ging es los mit Rapper Mittwoch halt, der erste Rapper Mittwoch halt, der allererste Ursprung. Was noch nur eine Cypher war, eine sogenannte Keller-Cypher quasi. Da auch noch mit ohne diese Battle-Konzepte und so weiter, zumindest nicht im Tour-Modus und so weiter. Im Turnier-Modus meine ich. Und ja, dann so 2002, 2003, drei fingst du an mit ersten Labelsachen, so Halbwelt, Schockmusik, so war meine erste Gruppe halt quasi so. Und da haben wir das erste Album gemacht, was dann später als Halbwelt-Anonym rauskam. Ah, krass, krass, ja stimmt. Und dann wird 2004 Goodfellas gedroppt, das Album, Mixtape halt mit den ersten Videos, Rap City Berlin und so, ist dann ein bisschen rumgegangen und so weiter, zumindest so regional, dies, das. Ja, dann kam diese Half-Set, von der du sprichst, 2005 und 2006, wo dann Feuer bei Deutschland kam. Und dann halt in diesen A Cappella-Written-Shit hab ich mich schon mehr identifizieren können, als mit der Freestyle-Error von davor. So, da war ich doch gar nicht so aktiv, ne? So, da waren so G und so schon am Start. Die haben viel gefreestylt und so weiter, da war ich noch nicht so am Start. Und ja, dann bei Feuer bei Deutschland halt, hab ich mein erstes offizielles Battle gehabt, so. Nice, Alter. Das geht ja dann way back, ne? Du hast ja auf jeden Fall auch einen, du hast dir schon einen stattlichen Namen gemacht, ne, der Battle-Rap-Szene. Du hattest auf jeden Fall schon so deine Props, auch schon damals, bevor so diese Veranstalter-Tätigkeit auch bei Rap am Mittwoch dann immer mehr für dich eine Rolle gespielt hat, warst du schon auf jeden Fall am Start. Du hast ja auch mal erzählt, du warst mit Savas auch mal auf Tour, ne? Vor einer gefühlten Ewigkeit, ne? Wie war das denn? Ja, also Savas noch viel länger, ne? Kannten wir schon auf dem ersten Mixtape, was ich grad angesprochen hab, 2004 mit Autodidakt und cool Savas ist dieser Song bei Offen Goodfellas Album mit Rapp halt drauf. Und ich würd sagen, dann so bundesweit mein Name vielleicht durch Feuer bei Deutschland dann eher als Battle-MC bekannt geworden. Und 2009 war halt diese Lücke, ne? So, da gab's halt nix, was Battle-Rap angeht. Davor gab's ja mehrere verschiedene Formate noch so, aber 2009 war eigentlich wirklich tot. Und da haben wir's halt zurückgebracht mit Rap am Mittwoch. Und die ersten zwei Jahre Kalabasch, zwischendurch noch kurz in einer kleineren Location. Aber dann Kalabasch und da kam Rui Savasch wieder auch und er hat uns dann mit auf Tour genommen. Ende 2012, Anfang 2013, wo dann auch Rapp am Mittwoch nochmal bundesweit nochmal ein bisschen wir representen konnten halt, ne? Sehr geil, sehr geil. Das waren dann wahrscheinlich auch dann, ja, bühnentechnisch eine andere Größenordnung, oder? Ich kann mir vorstellen, dass die Savasch, die Venues von Savasch waren dann wahrscheinlich, keine Ahnung, was sind das? Das waren 2000er-Heilen in der Regel, ne? So ein bisschen mal plus, minus. Und das war für uns auf jeden Fall dann eine Größenordnung, weil Kalabasch war so 3 bis 350, sag ich mal so. Ähm, dann wurde schon gekuschelt, wenn's knapp auf 400 geht. So, und, äh, und dann war halt, äh, da kann ich mal gleich sagen, was für uns neu war. Ähm, ich dachte halt, als wir das erste Mal Battle Rap auf so große Bühnen präsentieren konnten durch, äh, Savasch, ähm, hab ich, haben wir alle gedacht, okay, Battle Rap, wir machen's jetzt groß. Und, äh, wir waren so auf dem Film, also es war eine abgespeckte Version von unserem Turniermodus, von der Battle Mania halt, ne, so, ohne Vorrunde und so, ab Halbfinale ging's rein, viele Leute konnten sich halt quasi qualifizieren und so weiter. Und der Gewinner ist dann immer gegen mich angetreten, was eine besonders neue Herausforderung war, weil ich hab einfach mal in 10 Tagen 10 A Cappella Battles gemacht. Also, das hat, also das hat keiner nachgemacht bis jetzt, ähm, und zwar aber auch mal gegen einen Gegner, den ich nicht, wo ich nicht weiß, wer das ist, ne, also auch noch jemanden, wo der mich immer überrascht, so, ähm, und, äh, was dann für uns neu war oder was dann sich herauskristallisiert hat, ist halt, ja, wir sind ja Battle Freaks, ne, so, und, äh, wollten immer, ich wollte noch krassere und noch durchdachtere Geschichten bringen halt, ne, so, und umso größer das Publikum wurde, umso flacher, wurden die Punchlines, zumindest die, die ziehen. Also, es war dann eher das Gegenteil, war, ne, der Fall halt, ne, dass wir dann halt die Sachen, die voll für Battle Freaks krass sind, kamen halt nicht an, kollektiv, ne, so, was bringt dir das, wenn 10% im Raum deine Line verstehen halt, weißt du, so, und gerade in so einer 2000er-Venue, so, ne, ähm, dass, äh, dass wir dann gemerkt haben, oder, okay, krass, ey, ein bisschen stumpfer muss das sein, ne, dann haben wir angefangen, diese Comedy-Vergleiche zu ziehen, Kabarett, die, das und so, das, umso größer das Publikum wird, umso flacher werden die Witze halt ein bisschen, ne, kann man da so ein bisschen Vergleiche ziehen, ne. Ja, macht Sinn, auf jeden Fall, klar, weil du hast ja dann auch, äh, mehr oder weniger viele Battle-Rap-Touristen, oder, sagen wir mal, Leute, die, die, die Neueinsteiger sind und die lachen sich vielleicht über Sachen kaputt, die du schon vor fünf Jahren, äh, in anderer Form fünfmal gebracht hast, ja, und, äh, du versuchst da halt deine, deine, deine Insider zu bringen und die denken sich nur, hä, was, ja? Ja, vor allen Dingen Likes, die, die wir schon oft gehört haben, wo wir dachten, okay, lass mal was Neues bringen, das Ding ist auch, ähm, es ist bei mir halt auch, ähm, wie beim normalen Rap, ich, äh, bin sehr Ami-geprägt halt, ne, und alles, was dort zieht, heißt nicht, dass es hier zieht, das sieht man ja in der Musik auch an vielen Beispielen halt, ne, so, das Publikum ist ja anders, und, ähm, ich, ähm, denke schon, dass wir sehr viele neue Sachen halt etablieren konnten in Deutschland, was oft nicht verstanden wurde, wenn ich mich schon so an den amerikanischen Standard orientiert habe, ne, ich erinnere mich bei Feuer über Deutschland, dass, ich kann mich erinnern an, an die Wahrnehmung von Leuten, die so harten, weißt du, harten, aggressiven Battle-Rap nicht so verstanden haben, ich hab mich in Rage gerappt und bla, aber so als negativ, ne, so, dass, äh, das als Zielmittel nicht begriffen wurde halt, ne, so, da waren, sehr viel Lines gegen Lines, ja, diese wissenschaftliche Herangehensweise, das ist ein bisschen deutsch-spezifisch, weil ja auch, ähm, äh, die Video-Battles, ähm, sehr populär waren zu der Zeit, das war ja auch in anderen Ländern, gab's ja sowas nicht halt, ne, so, und da wurde halt nach den Kriterien oft bewertet, ne, so, das haben dann die meisten, die dann von Video-Battles in Live-Battles kamen, halt schnell gemerkt, ne, Cash ist zum Beispiel, wo er sein erstes Match gegen Syndic hatte, der hat voll auf Flows und sowas wertgelegt, hat die, hat die, hat die Crowd klatschen lassen, um zu zeigen, dass er am Takt-Rap und so weiter und die Szene kam halt mit Lines, Punch-Times, Punch-Times nacheinander und es haben dann viele, ähm, also viele haben's oft gemerkt, so Takt 32 und so, die oft dann nicht verstanden haben, warum die Crowdverein nicht votet, weil die wirklich krass gerappt haben, Ja. Aber nicht so leicht die Leute abgeholt haben und das Publikum ist halt ein anderes als ein Ami-Rap-Publikum, deshalb, deshalb hatten auch viele so, ich sag mal, die jetzt nicht das typische Rapper-Image haben, so, ne, sind dann halt sehr populär geworden, angefangen bei Arzenkalle und so weiter halt, ne, dann, dass diese Richtung dann, äh, immer beliebter wurde halt, ne, so von, von den Zuschauern, die, ähm, ja, die dann immer, immer mehr dazu kamen halt, ne. Ja, crazy, crazy. Also dann, äh, stetig gewachsen, es war so, sozusagen so, das Rap am Mittwoch, was man dann so kennt, was dann auch so diese große Bühne bekommen hat, das war so 2009, 2010, ne, so, äh, hat sich das so etabliert oder, sagen wir mal, so in seinen Grundbausteinen so verfestigt, oder? Äh, Mai 2010 war die erste, da ging's wieder los halt, Wiederbelebung halt, ne, so, ähm, ich würde aber, ich sagen, ein, zwei Jahre gedauert haben, denn wir mussten halt diese neue Form, also das neu nahe bringen halt, man sieht es halt sehr oft noch bei den alten Videos, bei den ersten, so aus der ersten und zweiten Saison, dass die Leute das Konzept von Written Battles nicht verstanden haben, das wurde als Fake wahrgenommen halt, ne, äh, du bereitest dich vor, war ein Diss, ne, so, früher, ne, so, äh, und, Freestyle, ne, so, äh, genau, das wurde zwischendurch immer geschrien sogar, ne, bis im A Cappella-Modus, wir mussten denen halt oft beibringen, was A Cappella heißt halt, ne, so, und dass das, ähm, auch schwer ist, weil oft die, also, überwiegend gab's die Meinung, wenn jemand so freestylen kann, dann muss der ja echt krasse Texte drauf haben, aber dass das völlig zwei verschiedene Disziplinen sind, haben die meisten nicht gerafft und später, als dann immer mehr, äh, Written MCs auch kamen, weil, also, gerade erste Saison, ich erinnere mich, war so ganz, wirklich der Erste, hab ich Pisek überredet und viele andere und so weiter, die dann das auch gemacht haben und dann, als sie gemerkt haben, was der Diss war mit, du bereitest dich vor, ja, bereite du dich mal vor und dann haben wir erst, dann haben die mal gesehen, was ein Choke ist halt, ne, so, dass es doch nicht so leicht ist, sich auf ein A Cappella-Battle vorzubereiten, wo du wirklich nur einen Schad hast, ne, so. Klar, klar, auf jeden Fall, das ist schon, das ist schon lustig, ja, wie, äh, wie das alles so, auch schon, sagen wir mal, relativ lange zurückliegt, ja, so die, die, äh, große Entstehungsgeschichte, sag ich mal, ne, und, äh, Magda, wann bist du dann genau dazu gestoßen, willst du das mal kurz hier zusammenfassen? Ähm, mein allererstes Mal Rapper Mittwoch war am 16.12.2015. Und was hattest du an? Schwarzes Rapper Mittwoch Shirt mit, äh, rotem Rapper Mittwoch, äh, Logo, graue Jeans und, äh, blaue, äh, Nike Air Max. Wie meint das ernst, ne? Ja, das wird wahrscheinlich sogar akkurat sein hier, ne? Ja, stark, ja, stark. Such irgendeinen Battle jetzt raus und, äh, frag mal, was die Leute anhatten, die Würze zu sagen. Hast du irgendeinen Battle auf dem Schirm, gerade? Äh, Clapp vs. Finch, was haben die beiden angehabt, die beiden Jungs? Äh, Clapp hat ein graues, äh, so ein Bordeaux-Rode-Shirt, Bordeaux-Rode-Shirt an mit einer braunen Hose und, äh, Finch hat eine Jeanshose an, No-Name-Sneakers und, äh, so eine blaue, ähm, Sportjacke um die Hüfte gewickelt. Kannst du jetzt noch zehnmal machen, achtmal würde es dir richtig sein. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich mindestens, ja, mit Raum nach oben wahrscheinlich sogar noch, ja. Krass, 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 ja. Also da hat jemand auf jeden Fall wirklich, äh, äh, die Passion gefunden, ja, die, äh, zu ihr passt, ja. Das ist sehr, sehr stark auf jeden Fall. Äh, wie bist du denn genau, äh, dazu gestoßen zum Team hier? Äh, zum Team, das hat ja lange gedauert. Also ich, ähm, war ja am 16.12. als Fan dort. Ja. Haben wir ja auch schon kurz angerissen im Stream. Ich war ja so schwer krank und hab mir dann als Ziel gesetzt, ähm, gesund zu werden, um einmal bei Rapper Mittwoch zu sein. Weil ich halt diese Videos die ganze Zeit während meiner Chemotherapie geguckt hab und das mich übelst motiviert hatte, weil ich gesehen hab, wie glücklich dort alle sind und was das für eine Energie ist und so. Und dann, ähm, wollte ich das halt einfach mal live miterleben. Dann hab ich mich einfach in mein Auto gesetzt, bin von Saarbrücken komplett alleine nach Frankfurt gefahren, um, äh, dabei zu sein. Wahnsinn. Und hab ich dann in die erste Reihe gestellt und hab einfach die Show mir angeguckt, komplett alleine. Finde ich so krass, ich geb die mal alleine ins Kino. Ich wollte grad sagen, was macht das mit dir, wenn du das hörst, gerade auch wenn, äh, Magda erzählt, ja, äh, dass sie da, äh, während sie Chemotherapie hatte, dann auch die Videos, sagen wir mal, äh, konsumiert hat, um, sagen wir mal, auch Motivation daraus zu schöpfen. Um zu denken, ey, äh, ich will, dass es mir wieder besser geht, ich will jetzt hier kämpfen und, äh, will am liebsten das dann auch miterleben, die, ähm, die Atmosphäre dort. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Mit mir? Ja. Über krass, oder? Äh, das ist nicht das Einzige, also da können wir noch viel mehr Beispiele eingehen, äh, wie ich oft schon keinen Bock mehr hatte und mal sehe, was auch anderen, also weißt du, wenn man selber in seinem Tunnel ist und so und immer wieder das erlebt und so, man, irgendwann denkt man sich, ey, das macht keinen Sinn. Ich selber hab auch vielleicht utopische Fantasien gehabt, wo Battle Rap hätte hingehen können, ne, so, ich wollte das immer professionalisieren, ich find halt der Aufwand und so ist so groß und so stark und die, das, das ist eine brotlose Kunst, das find ich eine Beleidigung für die ganzen MCs, die da ihre ganze Passion reinstecken halt, ne, so, und das hängt aber mit vielen anderen Faktoren halt zusammen und das ist, denk ich, wie bei der Musik, bei der Musik so, ne, wenn man einen Artist fragt, der dann sich manchmal denkt, aus seiner Perspektive, in seinem Tunnelblick, so, ey, ich hab hier so viel Leidenschaft und so viel Energie in meine Musik gesteckt und hab halt keinen kommerziellen Erfolg großartig oder er kann noch nicht wirklich oder nicht gut davon leben oder ist zumindest nicht reich geworden oder sowas oder, oder kann gar nicht davon leben, aber dann gibt's Leute, die dieses, ein Lied oder irgendwie die Musik, denen so viel Kraft gibt und so viel Bedeutung in deren Leben hat, dass das die größten Props sind, die man sich eigentlich wünschen kann, dass man jemanden damit erreicht hat, halt, ne, so, und die Leidenschaft, die sie da entwickelt hat und da reinsteckt, also, die hat so viel dazu beigetragen, dass das ganze Ding überhaupt noch am Leben ist, halt, ne, so, ähm, weil ich hätte schon 15 Mal schon gesagt, ja, reicht doch jetzt, ne, also, gerade auch in Bezug darauf, wenn, dass wir in vielen Sachen den Weg freigeschaufelt haben, halt, ne, so, Leuten zu erklären, was Battle Rap ist, dass wir diese ganzen Gewaltdinge abschaffen mussten, ich meine, gerade in Berlin war Battle Rap immer eine Vorschufe zur Gewalt, halt, ne, so, da gab's so viel Vorarbeit, die geleistet werden mussten und so viel, durch so viel Dreckslöcher musste gekrochen werden, halt, ne, so, und wir haben für ein Appel und ein Ei gebattelt, für ein T-Shirt und es sind wirklich Zeiten, wo die MCs auf der Bühne standen und aus dem Publikum mal gefragt haben, dass sie ein Schluck Wasser bekommen, um die nächsten Parts bitten zu können, also, ne, und, äh, die krassesten und größten Leistungen und so haben auch wirklich ganz wenig verdient, halt, ne, so, und heute, also, ne, das ist halt, was, ich meine, es ist, Battle Rap ist nicht das einzige Ding, wo oft, äh, viel Undankbarkeit oder so auch da ist, halt, ne, wo man nicht weiß, aber auch vielleicht Unwissendheit, dass man nicht weiß, wie viel das alles gekostet hat, diesen Weg freizuschaufeln, damit auch andere da gedeihen können, halt, ne. Ja, klar, klar, auf jeden Fall hast du ja, ähm, äh, du, du, du hast auch viele Leute, die, sagen wir mal, dann, äh, Battle Rap den Rücken gekehrt haben oder, sagen wir mal, ähm, Leute, die versucht haben, sich dann weiterzuentwickeln, einer davon ist ja Kapi zum Beispiel, der war ja auch bei deiner ersten Rapper-Mittwoch-Veranstaltung, hat der ja auch gebettelt, ne, und, äh, der ist ja auch sozusagen von eurem Kontext gekommen und hat dann, ähm, hat sich da so seine ersten Lohbären gesammelt und hat dann Action gemacht und, ähm, das, das klappt aber auch nicht bei vielen, ne, ich glaube, also, äh, wie du schon sagtest, es ist ein Unterschied, ne, ähm, ob du jetzt zum Beispiel A Cappella-Battle machst, ob du halt ein Freestyle-Battle machst, ob du einen Studiosong aufnimmst, ob du jetzt im Studio ein Diss machst oder, äh, Live-Battle machst gegen einen, den du dann auch gegenüberstehst, du hast ja dann die, äh, die Atmosphäre, du kriegst die Energie, die Aura des Publikums mit, gehen die auf deine Lines ab, gehen die auf die Lines von dem anderen ab, wie reagierst du darauf, wenn die auf die Lines von dem anderen abgehen, äh, zerfällst du dann tausend Teile oder, äh, schaffst du es dich zusammenzureißen und, äh, zu versuchen, das Publikum zu drehen, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, was da alles für Facetten gibt, so, ne, und ich glaube, aber Cappi ist so der, der, der Einzige, der dann wirklich dann auch, ähm, so aus diesem Battle-Rap-Kontext zu so einem Superstar geworden ist, aber natürlich auch, äh, ja, Finch auch, genau, stimmt, ja. Also ich würde viele andere dabei auch nennen, also Tag 32 oder auch Karate-Andi und so weiter, ne, da gibt's schon. Ja, klar, die, die sind alle erfolgreich, ja, würde ich euch, äh, zustimmen, ja, aber es gibt ja erfolgreichen, da gibt's ja wirklich auch Superstar, ja, so Dieter Bohlen-Level, das ist ja, bei Cappi ist ja, also ich würde, ich würde jetzt ohne, ohne Tag 32 hier zu disrespekten, würde ich behaupten, dass, äh, Capital Bra, äh, wahrscheinlich ein paar mehr, äh, Einheiten von seiner Musik verkauft hat, als, äh, als ein Takt, ja, ähm, das meine ich halt ja, dass der so extrem ausgebrochen ist, ja, genau. Ja, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe halt, ne, so, äh, wir haben einen großen Wert darauf gelegt, halt quasi einen kompletten MC auszubilden, das ist so ein Hip-Hop-Aspekt und als Hip-Hop-Liebhaber, ne, sind das halt Werte, die wir besonders schätzen und, äh, die meisten Leute sind denen auch dann überlegen, die jetzt, sag ich mal, über Nacht Internet-Hype auf einmal generieren können, weil die im Studio jetzt halt wirklich, ähm, den Nerv der Zeit getroffen haben halt, ne, ähm, aber dann halt vor einer Hürde stehen, wenn sie das erste Mal auf der Bühne stehen und der Hype, oh, die Name ist auf einmal größer, äh, als eigentlich das, was sie können, ne, so. Und, ähm, in der Regel hat diese Schule eigentlich auch viele gestärkt, ne, und, ähm, da sieht man halt, wenn man das in den direkten Vergleich stellt. Ich selber bin über die Entwicklung eher ein bisschen traurig, weil ich sehe das so ein bisschen wie als Hip-Hop, als kultureller, ne, früher waren alle Hip-Hop und es gehörte zusammen, Graffiti, Breakdance, DJing, Rappen halt, ne, Beatboxen und so weiter und auch viele konnten mal ein bisschen oder haben hier und da mal reingeschnuppert. Jetzt gibt's dasselbe innerhalb von Rap, als ob sich das aufspaltet, ne, also eine Nische, die in einer Nische entsteht halt, ne, und Battle-Rap sich von normaler Rap-Musik oder so abspaltet und so, ist gar nicht so, also diese Entwicklung finde ich nicht cool halt, ne, so. Es sollte alles so ein bisschen zusammen sein, aber naja, es gibt halt Leute, die interessieren sich halt nur für das eine oder für das andere halt, ne, so, und das gibt's nicht nur von Rap und Battle-Rap, sondern mittlerweile auch in Battle-Rap, dass da Leute sich nur für Rhythms oder nur für Freestyles interessieren und so, wobei ich dann halt das gerne halt verbinde, also, das ist für mich eine Welt halt, ne, so. Ja, das ist halt ähm, klar, kann man heutzutage überhaupt noch darüber sprechen, ob's eine Deutschrap-Szene als solches überhaupt noch gibt, ne, das ist vielleicht dann die allgemeinere Frage, weil Deutschrap ist ja so kommerziell geworden, das ist ja die neue Popmusik, was früher, weißt du, was früher so so, keine Ahnung, so AJ von den Backstreet-Boys war, das war so der Badboy, nachdem die kleinen Girls verrückt waren und das ist jetzt Mero oder sowas, ja, das ist ja, kannst du ja wirklich gut vergleichen damit, ne, oder, ähm, mittlerweile gibt's so Sachen wie Tech-Rap oder Ja, genau, genau, es gibt halt so viele verschiedene Richtungen, die meiner Meinung nach auch kaum noch, also man hört kaum noch raus, dass das irgendwas mit Rap zu tun hat, ja, ähm, damit sag ich nicht, dass das per se schlechte Musik ist, sondern das ist einfach, wahrscheinlich äh, früher, ähm, so, es gab halt den Hip-Hop, ne, es gab den klassischen Hip-Hop und da war die Szene vielleicht auch, äh, so klein, dass die Szene selber ein Silo war, aber jetzt ist die Szene so groß, beziehungsweise Szene, wenn's die überhaupt noch gibt, äh, dass es da mehrere, äh, mehrere, äh, Sparten gibt, die so jeder, jede, jede Sparte als einzelnes Silo abgegrenzt und, äh, man hat schon so fast so das Gefühl, dass so, so eine gewische, äh, so eine gewisse, auch eine gewisse Antipathie herrscht, so, weißt du, dein Hip-Hop ist nicht mein Hip-Hop oder dein Rap ist nicht mein Rap, was du als Rap bezeichnest, bezeichne ich nicht als Rap, ist auch so neuer, neue Garde versus alte Garde. Wobei das ja eigentlich ganz, äh, nice ist, wenn, weil, wenn man das jetzt nochmal aus der Battle-Perspektive sieht, ist das ja eigentlich, äh, ganz cool, dass sie sich darüber streiten, wer der Bessere ist, klar, ich finde halt, es gehört auf jeden Fall dazu, wenn du New-Schooler bist, dass du Old-Schooler respektierst, weil du hättest halt niemals die Möglichkeit, das zu machen, was du gerade machst, wenn die Alten nicht den Weg geeignet hätten. Also Hip-Hop ist ja immer Competition, das feiern wir natürlich, ähm, aber dieses auch, wer Untergrund ist und wer kommerziell ist, das hat sich eher gedreht, das gab's auch schon damals halt, ne, so, ey, du bist ein Pop-Rapper und du gehörst nicht mehr zu Hip-Hop und so weiter, ähm, das war halt cool, aber der Underground-Rapper war der coolere. Ich, durch Internet und so weiter, fängt das, was du mit Tita Bohlen-Pop, äh, Popstar-Status gerade meintest, wird eher jetzt, da wird eher neidisch rausgeblickt und das wird umgedreht, indem man dann den Untergrund-Rapper als irrelevant bezeichnet und es ein Dis-Word halt, weißt du so, also es ist jetzt eher so, dass man stolzer auf die Hype-Fans ist, ne, ey, ich hab eine größere Community als deine und deswegen bin ich größer als du, ne. Früher, das ist undenkbar gewesen, dass ein Rapper zu einem MC sagt, ich verkaufe mehr CDs als du und deswegen bin ich mehr, das ist ein Blödsinn, ne, so, also sich über Aufmerksamkeit zu definieren. Ich bin höher gechartet als du, yo. Genau, weißt du so, wenn du nicht, wenn du nicht, genau, weißt du, was kommt drauf an, welche Fans du hast, wenn du jetzt, äh, jeden Schulhof erobern willst, dann hast du, oder gerade Spotify und so weiter, Liste und so, die, äh, ich meine, früher musstest du Geld in die Hand nehmen, um deinen Künstler zu unterstützen, halt, um eine physische CD oder eine Platte zu kaufen. Heute definieren sie sich über die Streamings, Streams und jedes Kind kann, äh, da auf Play drücken, halt, ne, das heißt, also, wer ist dein Publikum, ne, so ist auch eine große Frage, ne. Ja, es kommt ja auch noch dazu, dass du halt, äh, wenn du gute Connections hast und in den relevanten Playlisten immer ganz oben bist, dann kann es auch sein, dass du mal ein, zwei Millionen monatliche Hörer hast, ohne dass dich irgendein Arsch kennt, ja, dass du, keine Ahnung, du hast so ein paar Millionen monatliche Hörer und, äh, und bildest dir da was drauf ein und denkst, du bist Superstar, aber äh, läufst du durch die Straße, äh, sagt keiner, oh, da ist der und der XY und fällt in Ohnmacht, weil du so ein Star bist oder sowas, dich kennen kann ich mal nicht. Nicht nur das, nicht nur das, sondern das im direkten Vergleich zu setzen mit einem echten MC, wenn du mal neben einer, perform halt du mit deiner Plastik-Bullshit-Billig-Rap neben einem echten MC, das spielt keine Rolle, wie viele Kids das feiern und auf deinen Spotify klicken halt, ne, so, sondern wenn du neben einem echten MC stehst, dann wirst du sehen, wie du untergehst halt, ne, so, das ist, glaube ich halt, und das ist einfach was, dieser Hip-Hop-Aspekt, wie, egal du sprühst oder breakst oder rappst, von Leuten, die du selber respektierst als Rapper, von den Props zu bekommen, ich glaube, das ist entscheidend, ne, und deswegen finde ich, die es runter machen von echten MCs, die gar nicht dieses Publikum haben wollen, wenn du einem sagst, ey, ich hab ne Message und ich kick hier, weißt du, was ich meine, mir ist dann lieber wichtiger, dass ein Desaster einen geilen Inhalt kickt, als einer, der, ähm, zum zehnten Mal denselben Liebessong macht und, ähm, der schön klingt oder den Viper hat halt, weißt du, so, weil er damit in die Charts kommt oder sowas. Ja, klar, klar, klar. Das ist aber dann meistens auch so, dass diese Leute dann auch nicht irgendwie darauf fixiert sind, irgendwie sich großartig eine Legacy zu machen, ich glaube, das ist auch irgendetwas, was im Hip-Hop so ein bisschen mehr einen Stellungswert verloren hat, ja, so dieses Legacy aufbauen, dieses, äh, nicht nur irgendwie, keine Ahnung, so krasse Beefs zu gewinnen, sondern auch halt, äh, mit, mit, äh, krassen Solo-Alben sich, äh, oder auch mit Kollabo-Alben oder mit Mixtapes, sich eine Diskografie zu erschaffen, wo man dann sagt, okay, das ist eine Legacy, ich lass hier was zurück und ich bin hier keine Eintagsfliege, weil das ist ja dann, das ist ja dann Pop, ne, das ist ja dann der Unterschied zwischen Hip-Hop und Pop, kann man sagen, und dann hast du natürlich auch, äh, das Ding, dass jetzt, sagen wir mal, äh, in dieser Corona-Zeit, wo so zwei, drei Jahre gar keine Live-Auftritte gestattet waren, dass da natürlich auch viele Newcomer da mit am Start waren, wie du, die, wie du schon gesagt hast, ja, diese, diese Live-Schule gar nicht hatten und die haben jetzt schon, sagen wir mal, so die, so zwei, drei Singles, die vielleicht abgegangen sind und dann werden die auf Festivals gebucht und dann stehen die da, die müssen die mal so einen Mic halten oder auch, selbst wenn da Highplayback ist, ist das natürlich trotzdem dann noch was ganz anderes, als wenn du im Studio bist und da, ähm, ein paar Bars kickst und nach jedem Halbsatz wird ein Cut gemacht und der Producer sitzt dann da, äh, sieben Nächte, um das irgendwie in den Takt zu schieben, ja, das ist schon was anderes. Ähm, ich kann dazu aber auch ein ganz gutes Gegenbeispiel bringen, äh, und zwar, das ist Bad Moms Jay, die ja auch in der Corona-Phase eigentlich so ihren Durchbruch hatte und ich hab, ähm, dann das Jahr nach Corona im Mai auf dem Hook-Up-Festival in Karlsruhe gearbeitet, als Stage-Managerin und da hatte Bad Moms ihren allerersten Festival-Auftritt und sie war so hinter der Bühne so todesnervös und war wirklich, oh mein Gott, das ist die Hölle, das ist die Hölle, ich schaff das nicht, den Takt hat sie dann so ein bisschen, äh, beruhigt und dann hat man das auch so gemerkt, ähm, auf der Bühne und dann ein paar Monate später hab ich sie dann nochmal auf dem Splash gesehen, das war ein Riesenunterschied, also sie hat enorm an sich gearbeitet und jetzt ist sie ja live ohne Backup unterwegs, rappt komplett, äh, durch und ist halt auch wirklich sehr krass live. Und ich find, grade sowas sollte man richtig respektieren, weil wenn jeder ehrlich ist, guck mal, das Lampenfieber ist normal, geh mal vor ein, ne, richtig krasse Crowd, ne, und perform mal einfach einmal, das ist keine, wie, kein Rap-Video, wo du mal wieder anfangen kannst oder nicht, keine Studio-Session halt, ne, so, wo nur die besten Takes genommen werden, alle sehen, ob du das in einem Zug durch kannst oder, äh, durchziehst oder nicht. Und Lampenfieber haben sie alle, wenn sie weiche Knie bekommen und so weiter, denen das zu überspielen, ist halt wirklich Leistung und wenn die, wenn die dann da standhalten, gehört das definitiv respektiert, ne. Wenn dann aber dazu noch ein Gegner kommt, der dich fertig machen will vor all den Leuten, verdient man meiner Meinung nach doppelt so viel Respekt, wenn man dem standhält, ne, so. Und das ist halt, äh, wo ich dann halt irgendwie noch mehr Respekt einfordere für die Kunstformen, ne, und für die Battle-MC's. Ja, klar, klar. Ne, absolut, äh, mit Bad Rums, J, habt auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel genannt. Äh, wie, wie gesagt, man, 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 man kann ja von ihrer Musik halten, was man möchte. Man muss ja jetzt nicht jeden Song feiern oder sowas, aber live, äh, ist sie eine absolute Maschine, wie du schon sagtest, ja, so, kein, äh, kein, äh, Backup, kein Halb-Playback oder sowas, wirklich MC, muss man dazu sagen. Ähm, zumindest in diesem Aspekt. Aber sie hat halt auch das beste Camp um sich. Ja, ich, ja, ich hab das auch so, ähm, mal das eine oder andere Mal im Stream auch besprochen, so, weißt du, so, dieses, ja, Tag 32, schreibt ihre Texte, bla, bla, bla. Äh, hab ich auch gesagt, ja, es ist doch, aber im Endeffekt ist es nice, dass sie vom Besten lernt, ja, sie hat ja da wirklich halt ein super Team, ne, super, äh, krasse Leute, die sie dann gehen coachen können. Und wer weiß, wie das aktuell noch ist, vielleicht ist es ja mittlerweile so, keine Ahnung, so 70, 30, vielleicht, äh, weißt du, sie schreibt immer mehr alleine und wenn sie dann irgendwann mal alleine schreibt, dann wird's krass, ja, weil dann hat sie auch von, äh, von einem, äh, Dude gelernt, der es, äh, besser, äh, besser macht als 99 Prozent der, 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 des Rest der Szene. Und dann ist doch super, von irgendwem musst du es doch lernen, du musst doch irgendwie gecoacht werden von irgendwem, weißt du? Ähm, ja, also das hat sich ja auf jeden Fall auch schon verändert, ähm, ich hatte, ähm, mal mit, äh, Takt hat auch irgendwann mal ein Interview da drüber gegeben und meinte so, dass er da immer weniger schreibt und sie auch was, äh, mit, äh, schreibt und, ähm, gibt ja, ähm, auch ihr Management, äh, rückt's ja da perfekt in die richtige Rolle und so. Richard ist ja auch einfach ein Top-Manager. Ich find das gar nicht schlimm, wenn's um eine Produktentwicklung geht halt, ne, und wenn jemand sagt, ey, jeder hat seine Stärken und dann wird halt zusammen was erstellt, ne, so, ähm, das ist auch ein, wenn's, ist ja auch ein Geschäft, ne, so, ähm, problematischer find ich's eher, wenn's so sensiblere Inhalte sind oder, ähm, in, in der Competition halt, ne, so, ähm, weil gerade, äh, deswegen meinte ich vorhin diese Diskrepanz, die sich aufmacht zwischen Freestyles und Written, Rittens, weil Freestyle ist nach wie vor die realste Form des Battle-Raps. Du kannst einfach nicht faken. Wenn du einen Freestyler siehst, der einen Konter gesetzt hat, dann hat er diesen Konter gesetzt und niemand anderes. Wir haben auch mal Crowd-Reactions uns mal ange... und nur bewertet, wollten wir sogar mal eine Top-Ten machen, glaub ich, und ich glaub, die größten Crowd-Reactions haben wir dann wirklich beim Freestylen gesehen, wo Leute komplett ausgerastet sind. LBB, die Energie, LBB, unfassbar. Weißt du noch, wo No One und so, wo der die hochhoben hat und so... Ja, ja. Ey, das ist wirklich ein, wenn, 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 wenn sich zwei dope Freestyler geben und du schon, weißt du, beim Freestylen denkt man halt mit, oh, auf was für einen Reim kommt der jetzt, auf was für einen Reim kommt der jetzt und der eine setzt einen Front, wo du denkst, wie krass ist das denn? Und da windet sich da jemand raus und macht einen doppelt starken Konter zurück und dann kontert der das wieder und so, dann schaukelt sich das so krass hoch, bis es wirklich explodiert. Und bei so einem kreativen Schöpfungsmoment dabei zu sein, das ist eine Energie, die oft gar nicht auf dem Bildschirm rüberkommt. Ja, Mann. Also ich sag ganz ehrlich, so, wenn du dich entscheiden musst, was besser ist, äh, im Battle Rap, so A Cappella, Witten Battles oder Freestyle, ist für live auf jeden Fall das Freestyle viel, viel besser, weil der Moment, wenn du bei so einem Konter dabei bist, wenn alle das gleiche Gefühl haben, boah, war das krass, was ist hier gerade passiert und alle gemeinsam hochspringen und schreien und jubeln, das kann ja ein A Cappella Battle in dem Moment nicht geben. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Problematik, die wir jetzt im größeren Rahmen eigentlich besprochen haben, jetzt kommen eine Menge Hype-Fans dazu. Die Hype-Fans interessiert der sportliche Aspekt nicht so besonders, die sind nur für Entertainment da. Deswegen zieht auch jede Form von Battle Rap, Hauptsache, Images und Rollenspielchen und dies und das halt, dieses ganze Drumherum und nicht mehr diese Essenz, ne, so, weil oft ist, Freestyle ist halt tagesformabhängig halt, ne, so, mal gibt's guten, das kann man halt nicht skripten, weißt du, was ich meine so, das ist wie ein Boxkampf und die Leute wollen aber mehr Wrestling sehen, weil da ist halt mehr, ne, so, mehr Show dabei halt, ne, so. Und deswegen finde ich es schade, dass immer weniger Aufmerksamkeit auf Freestyle da ist, weil sich auch MCs ein bisschen mehr nach Hype-Fans richten. Ich meine, die Gagen sind höher und die Aufmerksamkeit und so weiter halt, ne, dann wird dieser Aspekt oft mehr vernachlässigt, sag ich mal halt, ne, was ich halt schade finde, weil, weißt du, es kommt in ein Ungleichgewicht. Ja, ja. Ne, macht Sinn, auf jeden Fall hast du eine schöne, dynamische Entwicklung da, es bleibt immer spannend, neue Fans kommen dazu, neue Interpreten kommen dazu, neue Player kommen dazu. Es war ja dann bei euch auch so, lass uns mal noch ein bisschen zurückgehen, ja, so auf den, auf die historische Reihenfolge, dass Rap am Mittwoch ja dann irgendwann auch, ähm, sagen wir mal so, ja, auseinandergebrochen ist so ein bisschen, ne. Es kam dann zur Trennung, wann war das so, 2016, 17, nee, 2017 war das, ne? So, 2017 war es. Also Ende 2017 war die erste Top-2-Takeover-Veranstaltung, damals war es eigentlich noch in einem anderen Rahmen geplant, ähm, aber, ja, Ben Salomo damals wollte schon seinen Rückzug, ähm, und war klar, dass die achte Saison-Rap am Mittwoch quasi die letzte wird und, ja, dann gab's halt Streitigkeiten darum, ne, ist wie, ähm, ja, oft so, ne, wie, wie, was und so weiter, ne, weil es ist nicht so, dass, ähm, es angefangen hat und jeder seine Part, äh, das ist meins, das ist deins, sondern wir haben alles zusammengeworfen an so eine ganze Kreativität, was wir gerade auch so angesprochen haben bei der Produktentwicklung, ne, so am Ende, ey, die Line kommt von dem, der Beat kommt von dem, wie oft, das ist meine Kick, meine Snare, meine Bass, weißt du, was ich meine, so, und, äh, ja, deshalb musste man da irgendwie eine Lösung finden und leider, muss man sagen, also für mich, der auch sehr viel Herzblut und Rap am Mittwoch halt gesteckt hat, so, ne, und, ähm, nach wie vor, äh, bin ich, da guck ich da sehr sentimental zurück, halt, ne, es ist halt sehr schade und traurig, dass wir da immer wieder von vorne anfangen mussten, halt, ne, das hat das ganze Movement oft zurückgeworfen, ne, aber da unsere Leidenschaft wirklich echt ist, ähm, ich kann auch ein viertes, fünftes Mal anfangen, halt, weißt du so, also... Bitte nicht. Okay, ob ich's kann, weiß ich nicht, aber ich meine jetzt so vom Grundprinzip her halt, ne, so, ähm, dass ich jetzt halt, also das nicht nur als reine, ähm, was weiß ich, als Geschäftsmodell sehe oder so, weil das ist, das ist, alle, Battle Rap ist alles andere als das. Ja, also für mich war das damals sehr, sehr schlimm, also, wie gesagt, ich war ja 2015 das erste Mal bei Rap am Mittwoch, bin ja dann immer, ich glaub, anderthalb Jahre fast als Fan zu jeder Show gefahren und, äh, kam dann 2017 ins Team, so als Unterschriftensammlerin als erstes und, äh, das war dann die letzte Saison, äh, von Rapper Mittwoch und am 5.5.2018 war dann die allerletzte Rapper Mittwoch Show in Hamburg. Crazy. Und, ähm, ja, ich war voll fertig und das ist mit meiner Geschichte so, ist dann halt einfach auch so ein Teil in mir gestorben, so, ich war einfach, ich hab auch wirklich zu Hause gesessen und hab geweint. Mein Gott, ey. Ja, klar, ich mein, ey, absolut, du bist, äh, du bist emotional investiert, ja, also vom, vom Allerfeinsten, ne. War das aber für euch dann auch, äh, direkt klar, also, dass es weitergehen soll, ja, äh, ich mein, dieses, so, dieses, gab's irgendwie so Zweifel im Sinne von, ey, okay, vielleicht, vielleicht mach ich doch lieber was anderes oder, äh, wusstet ihr gleich, okay, dann machen wir halt, äh, Top the Takeover weiter, wo ist hier das Problem? Ja, also, die, es gab's oft natürlich, äh, dass ich andere Sachen machen wollte und an, die so, aber ich meine, wir haben auch andere kleinere Formate gemacht, es gibt, ne, ist doch ne Rap, es gibt ein Battle of Anna und so weiter halt, ähm, das Ding ist halt, es war klar, dass es immer weitergeht, ne, aber es ist halt nicht das, was es hätte sein sollen. Ich meine, es ist, äh, wir müssten jetzt im 14. Jahr Rap am Mittwoch eigentlich sein, ne, wir würden jetzt eigentlich unseren 14. Geburtstag feiern, so, und das hätte eine ganz andere Größenordnung, äh, wenn da nicht Egos im Spiel gewesen wären und so weiter, ne. Und mit, äh, Ben Salomo ist auch, äh, glaube ich, mittlerweile, äh, kein Kontakt mehr, ne, ne, ihr habt, glaube ich, euch, äh, so zerstritten, der wollte auch eine Menge Geld fundieren, ne, ähm, hat's ja auch mal erzählt an anderer Stelle, äh, dafür, dass du das dann weitermachen darfst, dann hat er gesagt, na, okay, dann darfst du auch den Namen nicht mehr verwenden, wenn du das nicht zahlst oder sowas, ne, ne, da gab's eine richtige, war auf jeden Fall, glaube ich, eine unangenehme Zeit, ne, wie so ein Rosenfeld. Generell war's unangenehm wegen vielen Sachen, ne, so, ähm, und, äh, Geld hat auch eine Rolle gespielt, ne, so, aber, ähm, das war jetzt auch nicht alles, ne, ähm, ist... Crazy. ...sehr viel Persönliches, also Ben Salomo und ich, äh, unsere Verbindung ist nicht nur Rap am Mittwoch, wir kennen uns noch von davor, ne, ja, klar, ihr wart Freunde, richtig, ne, und, äh... Ja, ja, na klar. Das ist halt leider so, ja, das ist wieder einer der, der Fälle ist, wo man, wenn man, äh, so, so als Freunde dann anfängt, so zusammen dann auch Business zu machen, beziehungsweise da so eine Business-Komponente mit reinkommt in ein gemeinsames Hobby, dass das manchmal in die Brüche geht, ist natürlich sehr schade auf jeden Fall, ja. Ja, das ist das Oberflächliche daran, äh, das Schlimmere ist halt, dass, äh, man keine Möglichkeit mehr gefunden hat, miteinander zu sprechen, und, ähm, das ist auch sehr einseitig, ehrlich gesagt. Ja, gut, also dann hast du dann sozusagen, ähm, als Konsequenz natürlich das Format nicht, äh, nicht Rap am Mittwoch weitergeführt, sondern du hast dann halt das Format, was du schon auch innerhalb von Rap am Mittwoch, äh, mit etablieren wolltest als Teil von Rap am Mittwoch, Top-Tier-Takeover, hast du dann sozusagen, ähm, weitergeführt, und das, äh, lief dann auch, ja, das lief dann halt auch eine ganze Weile, und dann, ähm, gab's einen zusätzlichen Publicity, wie wirst du das nennen, Publicity-Stunt, oder sagen wir mal, eine größere Aufmerksamkeit, ja, die dann 2019 generiert wurde, denn, äh, Kollegah, der Boss, hat sich dazu entschieden, ja, mit euch irgendwie eine Kollabo zu machen, oder ihr habt euch entschieden, da muss man auf jeden Fall nochmal erzählen, wer hatte denn da die Idee zum Alpha-Royal? Das ist Alpha. Ne? Das ist Alpha. Ja. Es gab ein Treffen, ähm, AK hat damals, ähm, Kollegah gemanagt auch, ne, so, und, ähm, und bei uns allen ist diese Idee gereift, halt, Battle Rap auf die nächste Stufe zu bringen, wie ich schon angeschnitten hab vorhin, hätte ich gerne Battle Rap auf einer anderen Ebene, professioneller, und, ähm, vor allen Dingen mehr, dass sich das entlohnt, also die MCs mehr entlohnt, so, und, äh, Kollegah war bereit, halt auch mehr Geld reinzubuttern, für den Sieger, ich glaub, das war halt noch gar nicht, das ist der Fall, dass jemand mal 10.000 Euro für ein Battle bekommt, halt, ne, für den Gewinner, das war das höchst notierteste, äh, Turnier, ne, und, äh, wie ich schon angesprochen hab, also an der Umsetzung hat's, es ist halt so eine Sache, ne, und es hat halt diese Hype-Fans auch wieder mitgeneriert, und da sind halt wieder sehr, also, Aufmerksamkeit, Level on fleek, es war nie größer, halt, ne, so, da hat wirklich jeder drauf geguckt, und, ähm, da haben sich auch ein bisschen so, schon angefangen, Grüppchen zu bilden, und Fraktionen, es ist halt wirklich so, wenn etwas größer wird, also, man büßt auch ein bisschen ein, was Realness und so angeht, ne, was ich schon mal meinte, als sie das erste Mal mit Zabershop-Tour waren, und so weiter, wenn, wenn du das halt zugänglicher machen willst, aber es ist halt, ähm, ja, so ein zweischneidiges Schwert halt, ne, so, du willst auf der einen Seite, dass die MCs mehr Geld verdienen, aber das schaffst du nicht mit einer kleinen, elitären Battle-Rap-Community, ne, dann muss man es halt kommerzialisieren, und du musst halt voller Hallen haben, und das, was dann abwertend als Battle-Rap-Touris genannt wird, die sind dann halt kein Teil dieser Serie, und deshalb wollten wir uns mehr darauf spezialisieren, Blockbusters zu drehen, anstatt halt ne Serie, wo man immer fünf Battles vorher gesehen haben muss, um irgendeine Line zu peilen, halt, und ich hab mich da versucht, am internationalen Standard zu orientieren, denn am meisten geflasht war ich 2017, als ich in der Ukraine war, und, äh, im russischen Fernsehen gesehen hab, äh, wie einfach kurz vor der Wettervorhersage Oxymiron gegen Disaster angekündigt wurde, mit nem übertrieben, epischen Trailer, wo auch, äh, Klischees ne große Rolle gespielt haben, und das ist halt ein Level, wo ich hätte auch gerne deutschen Battle-Rap gebracht, aber, ähm, viele innerhalb der Community sind auch gegen Verträge und sowas halt, ne, alles, was so, ähm, dazu beitragen würde, um einen Sport zu professionalisieren, jetzt wie beim Boxen oder sonst wo halt, halt, ne, so, und, ja, und in dem Rahmen des Turniers hat eine große Diskussion besonders im Finale stattgefunden, was ist denn jetzt der bessere Battle-Rap, ne, spielt Battle eine größere Rolle, spielt Rap eine größere Rolle, wie vermischt man das halt, ne, ähm, und da gab's halt einen krassen Clash, ne, so, weil man halt gesehen hat, dass viele, die jetzt nicht so into, into, into deep sind, ne, auch sehr viele Rap-Aspekte mehr bewerten, im Judging, und, ähm, das hat jetzt mit einem großen Eklag geführt. Voll, ja, das war ja wirklich, also, das war ja ein Finale, ein sehr umstrittenes Finale, Cynic vs. Mighty war das damals, das war das zweite Aufeinandertreffen der beiden schon damals, ne, da gab's dann noch ein drittes, dann, äh, bei Farid, da in seinem Instrument-Livestream, auf jeden Fall, äh, das zweite Aufeinandertreffen ist dann aber, ähm, für Mighty gewertet worden, äh, mehrheitlich durch die Judges, durch die Judges auch, ne, also da war auf jeden Fall auch schon, War das nicht auch der Tag, wo du da warst? Ne, ne, ich war da, äh, bei, ähm, Twizy vs. Rob Skewer, war ich da, das war, das war auch in Berlin, aber, äh, bei der selben Halle, selbe Bühne, genau, selben Astra, richtig, genau, Astra, genau, ähm, ja, safe, also das war auf jeden Fall eine interessante Nummer, und da gab's dann auch, ja, ich sag mal, ähm, eine angeregte Kommentarfunktion, ne, ein bisschen Hate auf jeden Fall auch, weil viele Leute dann auch nicht verstanden haben, okay, warum, äh, warum geht das an Mighty und nicht an Cynic, wie habt ihr das damals erlebt? Habt ihr so ein Gefühl gehabt, das war so eine, man kann schon sagen, so ein Shitstorm, oder, äh, war das eher, äh, Shitstorm gibt ständig und viele Entscheidungen, äh, Shitstorm gibt ständig und viele Entscheidungen auch, davon lebt das ja halt, und ich find, das sind halt so normale Sachen, die auch immer Destroy and Rebuild, wo man auch immer wieder was draus lernen kann, wir haben seitdem ein Judging System entwickelt, ähm, ähm, was bis jetzt nicht gefällt ist halt, ne, krass, ähm, aber, ähm, was unfair so an der Geschichte war halt, dass sich alle über die Judges gefreut haben, ne, also wir haben die Judges vorher angekündigt, und jeder hat die akzeptiert als Judges halt und respektiert, und, also, ne, die haben die akzeptiert als Judges, aber im Nachhinein die Meinung nicht wirklich respektiert, sag ich mal, ne, also es ist auch was anderes, wenn Leute so nicht wirklich ihr, ihre, ja, ihr Judging begründen können, dass das dann schwer wird nachzuvollziehen halt, ne, so, ähm, dass da sich das Gepanzen aufmachen können halt, ne, aber, ja, wie gesagt, da sind Welten, muss man schon sagen, aufeinander getroffen, voll, und, da haben so, einer wie ich hat dann wirklich die Punchen in den Vordergrund gestellt, und andere dann hat gesagt, ey, hier ist aber der Flow oder die Reimkette besser, ne, und jeden holt was anderes ab, ne, diese Diskussion gibt's ja immer wieder. Oder einer hat gesagt, es reicht doch, die ersten zwölf Takte zu hören, wenn man sich doch schon wieder die Runde gewonnen hat, das war mein persönliches Highlight, da dachte ich auch, meine Güte, Junge, sag's doch wenigstens nicht, ja, wenn's schon so war, dann versuch's bisschen netter zu verpacken, wenn du nur die ersten zwölf Takte gehört hast, Mann, 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 Magda, sorry, ich hab dich unterbrochen. Alles gut, oder ich hab dich unterbrochen, ähm, ja, also, dieses Problem mit Fehljudgings, äh, bekommen wir ja immer wieder, und nicht nur wir, kriegen ja die anderen Ligen auch ab, aktuell sehen wir es ja auch, gerade am Titelmatch von Jilteddy mit, äh, Kato versus Niles, und ich muss halt auch sagen, ich hab ja dieses Titelmatch, äh, gejudged, und es ist so ein enormer Druck, der auch als, äh, Judge dann auf dir lastet, weil du kriegst gerade sechs Runden um die Ohren gefeuert, so, es ist ein enorm wichtiges Match, so ein Titelmatch, und dann hast du halt so 30 Sekunden bis eine Minute Zeit, dann muss dein Urteil, äh, stehen, und dann musst du das halt vor 1.500 Leuten im Fester Kreuzberg begründen können, warum du das genau jetzt so, äh, an denen gibst, so, und, ähm, ich kann da schon verstehen, dass, äh, da auch, äh, 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 für mich war dieses Mighty-Synic-Ding auch ein klares Ding an Cynic-Life, live, aber, ähm, es gibt auf jeden Fall Battles, äh, die knapper sind, und ich finde es, ähm, immer sehr unfair den MCs gegenüber, die sich diesem Battle gestellt haben, wenn am Ende des Battles in YouTube, äh, Facebook, Insta oder sonst wo, nur über die Judges diskutiert, äh, wird und das das Hauptthema ist, äh, finde ich sehr respektlos, äh, den MCs gegenüber, weil man sollte eher darüber reden, wie gut beide waren, und wenn so viel Diskussion entsteht über dieses Battle und an wen, wer was gegeben hat, dann sieht man ja, dass beide MCs gut ge, abgerissen haben, und dann sollte man lieber da drüber reden, anstatt was so sieben Dullis, äh, äh, am letzten, am Abend um halb eins sagen. Also ich finde es gut, wenn das ehrlich gesagt passiert, weil das lenkt einfach den MCs ab, weil eigentlich wird immer irgendjemand gehängt, man kennt sie so gerade, weißt du so, als ob die Leute suchen, was falsch läuft oder schief läuft, ne, und wenn ich Hate abbekomme, nice, wenn, dann sind die MCs gut gewesen, wenn die Crowd Hate abbekommt, äh, die hat nicht genug Lärm gemacht, dann sind die MCs nice, wenn der DJ, die Beats sind nicht cool, dann sind die MCs nice, so, ansonsten trifft es meistens dann einen der MCs oder im schlimmsten Fall beide, und das ist für uns alle eigentlich auch nicht so besonders cool, aber, ja, was das Judging angeht, wie Magda gesagt hat, das ist eine Momentaufnahme, und es gibt eine Menge Judges, die sagen, oh, live hat das so gewirkt, aber als ich mir nochmal angeguckt hab, hat das anders gewirkt, du musst halt jetzt in dem Moment eine Meinung abgeben, und es ist oft, viele Judges sagen es auch vorher, ey, was für ein undankbarer Job jetzt, was für eine undankbare Aufgabe, und im Nachhinein, wie Magda schon gesagt hat, wird sehr viel auf die Judges gehatet, voll oft auch ein bisschen überzogen halt, und dann wollen auch immer weniger Leute judgen, und man fragt sich dann auch, wer ist berechtigt zu judgen, wir diskutieren auch manchmal darüber, und sagen, okay, jetzt mag der Judgst immer mehr, wegen der ganzen Battle-Rap-Verständnis, und die MCs respektieren ihre Meinung und akzeptieren sie als Judge, andere wiederum sagen dann auch oft, ja, ich will nur von Leuten gejudgt werden, die durch diese Schule gegangen sind, aber es gibt halt eine Mischung, dann sehen wir aber auch Leute, die das gemacht haben, und trotzdem für die Entscheidung treffen, und so weiter, also ein Patentrezept gibt es nicht wirklich, eins der wichtigsten Ligen international ist KOTD, eine kanadische Liga, da war ich zum Beispiel in London, bei World Termination 8, muss es gewesen sein, wo ich mit dem Gründer Organic, mal über diese ganze Judging-Geschichte gesprochen habe, und da gibt es auch wirklich dieses Ding, Live-Eindruck und Screen-Eindruck, also die haben sogar bei den Live-Battles, dass jemand, haben die sich gedacht, dass dann in zwei, drei, oder in einem Raum hinten, die Leute das über einen Bildschirm angucken, weil es gibt diese Energie, die zählt, oder sogenanntes Crowd-Pleasing, was oft nachhinein ein bisschen runtergeredet wird, so, ja, du machst das ja nur um die Crowd, also weißt du, dass da ein bisschen weniger gegnerbezogene Dinger dabei sind, aber Sachen eingebaut werden, die die Crowd anhypt halt, ne, so, und, ähm, das ist halt so ein Ding, ähm, was, was denn jetzt wirklich, worauf Wert gelegt wird halt, ne, so, und, äh, die nennen das oft YouTube-Bars hier, ne, wenn du so ein bisschen kompliziertere Dinger bringst, so, Wordplays und so weiter halt, ne, ähm, in welcher Form zieht das denn live, ne, so, ich, äh, wenn ich einen Gegner hatte, der mich da mit Rätselrap voll ballert, äh, hab ich mich nicht unbedingt, ähm, geamst gefühlt, weißt du, was ich meine so, dass ich jetzt sage, okay, ey, das war jetzt voll krass, aber andere, die jetzt darauf Wert legen, so, sagen dann, ey, krass, ey, voll die krassen Wortspiele und so weiter, ich denke, am Ende ist es immer eine Mischung, ne, weil es gibt viele verschiedene Arten von Punchlines und, ähm, jeder hat dann auch so eigene Kriterien, sehr viel Subjektivität schwingt auf jeden Fall mit. Ja. Wie, äh, wie entscheidet sich das eigentlich, ob so ein, so ein, äh, battle gejudged wird oder nicht? Ist das einfach nur, die beiden sagen, wir haben keinen Bock auf Judges oder? Ähm, ja, also das habe ich ja auch schon erzählt, wir haben, also ich führe mit allen Battles, die bei uns stattfinden, mit allen Mittenbettes, einen Fixing Chat. Also ich habe so 700 Gruppen gefühlt auf meinem Handy, wo wir dann, weil ich glücklicherweise ja nicht draußen sind. Ja, und, äh, da wird, ähm, dann eröffnet, halt sobald ein Battle steht, die Gruppe und, ähm, sagt die Bedingungen, da wird dann auch die Rundenlänge festgemacht, dort, äh, werden die Fotos eingeschickt, die, äh, Provokationsvideos, die Grenzen werden besprochen und natürlich auch, ob es Judged, ob es Judged oder Unjudged ist. Und dann kommt ja auch noch das Wichtige dazu, wer darf Judgen und wer darf nicht Judgen? Weil manche wollen ja natürlich nicht, ey, ich will nicht, dass der Judged, ich will aber, dass der Judged, bla, bla, bla. Und dann muss ich ja nochmal mit den Judges reden, ob sie auch bereit sind, dieses Battle zu Judgen. Dann muss ich halt für jedes Battle vier Judges zusammensuchen, weil der fünfte Judge ist die Crowd bei uns. Und dann muss ich auch gucken, ob das alles dann so passt. Hat der vielleicht eine Verbindung mit dem? Will ja deswegen den Judge? Und dann muss ich den Gegner fragen, bist du einverstanden, wenn der und der Judgt? Und so weiter. Da gibt dir ja den MCs schon viel Mitspracherecht, ne? Ist das vielleicht sogar schon viel Mitspracherecht? In der Regel wollen die Newcomer das halt, ne? Die brauchen aber am meisten Feedback. Ich glaub, das sind auch die Leute, die am meisten sich durch die Kommentare und so weiter wussten. Wenn man was neu anfängt und so, will man immer gerne wissen, okay, wie kommt das denn an und so weiter halt, ne? So. Die MCs, die wirklich eine lange Legacy haben, tun sich schon ein bisschen schwer und sagen, ey, du hast gerade drei Battles in deinem Leben gemacht, was würdest du hier über mich urteilen, weißt du so? Geschweige von Zuschauerperspektive, die den Druck niemals hatten, in einem Live-Battle zu stehen halt, ne? Deswegen, das ist ein Unterschied. Für die einen liegen darauf wert, den anderen nicht so halt, ne? Also mir ist es mittlerweile komplett egal. Ich merke mir nicht mal mehr, wer welches Battle gewonnen hat. Für mich ist der Impact entscheidend, wenn ich mir irgendwas merke. Wenn einer etwas gebracht hat, was lange anhält und wo die Leute sich lange daran erinnern, im besten Fall sogar daran orientieren oder was einen besonders großen Einfluss hat. Ich glaub, die, ja, liefern da besonders stark ab. Habt ihr mir überlegt, vielleicht Unjudged-Battles nicht mehr zu erlauben? Dass man immer sozusagen einen klaren Gewinner oder einen klaren Verlierer hat? Nein, also das ist mir ganz wichtig. Du meintest ja auch gerade, oder ob ich den MCs zu viel zulasse oder so. Ne, weil, also ich bin ja unsere Künstlerbetreuerin und mir ist es extrem wichtig, dass jeder, der bei uns auf die Bühne kommt, sich wohlfühlt und auch gerne wiederkommt. Und dann versuche ich halt nach meinem besten Gewissen und Sachen einfach alles zu klären, so dass sie sich wohlfühlen und immer wiederkommen wollen. Das ist ja nice, das ist ja nice. Aber bei einem Battle gibt's ja eigentlich, guck mal, also jetzt Schlachtfeld oder so, könntest du jetzt mal sagen. Ja, okay, das ist ja eine Schlacht. Da kommen zwei Armeen, die rennen aufeinander zu und eine steht danach noch, lädiert natürlich auch, aber weniger lädiert als die anderen. Oder jetzt hier UFC zum Beispiel. Aber das Feld ist ja neutral. Ja, klar, das Feld ist neutral. Aber es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. UFC zum Beispiel genau das Gleiche. Ja, wenn jetzt, sagen wir mal, da schlagen sich Leute drei bis fünf Runden die Köpfe ein und danach sagst du, jo, alles klar, super, danke, tschüssi. Gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Weiß ich, ich bin so Fan von klarer Gewinner, ja, aber vielleicht ist das vielleicht anders. Aber du kannst doch auch dein eigener Judge sein oder du kannst doch immer entscheiden, wer für dich der Bessere war. Das stimmt natürlich, richtig. Vor deiner Meinung aber, dass diese Brisanz, die ist für mich auch jetzt oft weg und ich finde, die machen Battles echt auch langweilig teilweise, wo du sagst dann so, ey, die MCs, die sind auch oft befreundet miteinander und so und man merkt und spürt, denen ist es selber egal, wer da gewinnt und wer verliert halt. Dann denkst du dir, okay, ey, für die ist das ein Job, die streichen da ein bisschen Kohle ein, oft wird die Kohle geteilt. So schon freundschaftlich vorher sagen die, egal, wer jetzt gewinnt, komm, wir machen Hälfte, Hälfte vor einem Match. Und das nimmt die Brisanz weg, die damals da ist. Ich liebe es genauso, wo ich sage, okay, hier geht's um was. Das entscheidende Ding ist halt, wenn die Fallhöhe da ist, das Risiko. Ein Boxer, der in den Ring steigt und sagt, ich mach dich fertig und dem Risiko ausgesetzt ist, K.O. zu gehen, das ist das Spannende daran zu sehen. Wir hatten damals Leute wirklich mit Eiern, hä? Ja, jetzt bestes Beispiel ist Rapstar. Was meinst du? Dass er unbedingt sein Battle Judge haben will gegen Jizzy. Das ist noch eine andere Sache, dass er will das auf jeden Fall, weil er will da auf jeden Fall einen Punkt setzen halt, he's about to prove a point. Aber was ich meinte ist, dass die MCs früher, deswegen sag ich, die hatten schon mehr Eier damals, weil die haben oft ihre Gage gewettet. Und das war krass. Wenn einer vor dem Match den anderen so unter Druck gesetzt hat, komm, alles oder nichts. Ey, weißt du, wie die Atmosphäre da steht? Die hat das doch auch so nice mit Amar gemacht. Die haben sogar noch darum gewettet, wer verliert darf ein Jahr nicht in die BMCS. Genau, weißt du, wie geil das war? Was da für eine Energie, was für eine Spannung auf einmal im Raum ist. Weißt du, was ich meine? Ich kenn mich jetzt nicht aus in der Kickbox-Szene zum Beispiel. Wenn ich aber hören würde, vorher, vor einem Match, sagt einer, ey, vor der dritten Runde schlag ich dich Knockout und wenn nicht, häng ich meine Handschuhe an den Nagel. Ich guck mir diesen Kampf an. Geil. Das will ich sehen, weißt du, was ich meine? Wenn einer sagt, ich hab so und so es drauf. Und deswegen bin ich oft dann verwundert, wenn es keinen Gegner für einen PA Sports gibt, der sich regelmäßig in Interviews setzt und sagt, wo seid ihr? Ich will battlen. Der hat sogar vor kurzem wieder angefangen, Lines zu schreiben. Ich hab davon einiges mitbekommen halt. Wo ich sag, ey, der ist ready. Wieso finde ich seit zehn Jahren keinen etablierten Rapper aus der Szene, der bereit ist, gegen PA Sports zu battlen? Und so weiter halt. Und so eine Sache, was das ganze Ding ankurbeln würde, dann wird sich wieder so ein bisschen, ich will nicht feige Art sagen, aber so auf Distanz. Ich finde, Track Battles sind auch krass. Aber ich bin schon der Freund davon, wenn du auf Battle MC in der Booth machst, dann hab wenigstens ein einziges Mal in deinem Leben einen Gegner vor dir, wo du sagen kannst, ey, ich hab auch Live Battles gemacht, ich hab das Recht, jemanden zu dissen, auch auf Distanz. Ich denke, wenn man diese Kredibilität von Gangster-Rappern erwartet, dass du eine kriminelle Vergangenheit haben solltest, wenn du Gangster-Rap machst, dann solltest du auch eine Battle-Vergangenheit haben, wenn du in der Booth auf Battle-Rapper machst und irgendwie denkst, andere Leute dissen zu können. Und damit meine ich keine Rundumschläge und einfach billig die Mutter beleidigen. Das ist für mich kein krasses Battle oder keine krasse Punchline. Nee, absolut, absolut. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen schade, wenn du sagst, PA Sports finde ich ja keinen Gegner, weil das wäre auch etwas, um noch mehr Aufmerksamkeit so auf die Battle-Rap-Szene zu ziehen als Ganzes. Was auf jeden Fall auch dazu beitragen kann, wo ich euch natürlich auch noch mal gerne fragen würde, ob das in Zukunft mehr vorkommen könnte, ist das Einbinden von Influencern in so Rap-Battles, weil ihr hattet ja die militante Veganerin zum Beispiel beim sechsten Jubiläum jetzt in Köln hattet ihr die mit am Start. Sie hat sich ja super geschlagen, sie war ja sehr, sehr stark auf der Bühne. Könnt ihr euch vorstellen, noch weitere Influencer dabei euch auf die Bühne zu holen in Zukunft, die Bock haben? Also ich auf jeden Fall. Es ist halt immer ein bisschen schwer, da an den Kontakt dran zu kommen. Muss man halt über Management machen. Ich weiß beispielsweise, dass Rezo auch uns verfolgt. Krass, okay. Ja, der schneidet auch manchmal so ein paar Jubelszenen aus der Crowd von uns in seine Videos und so. Und bei der Militanten war es halt ein super Zufall, übelst lustige Story. Twizy hatte mich angerufen und meinte so, ey, kannst du für Kuchen in Berlin irgendeinen Platz klären? Ja, muss die militante Veganerin interviewen. Und ich dann so, für wann? Ja, für drei Stunden. Und dann, ja, ich gebe Kuchen deine Nummer, der ruft dich gleich an. Und dann hat Kuchen mich angerufen, dann habe ich eine Shisha-Bar schnell geklärt. Krass. Und dann hat er dort die Militante interviewt und ich war halt auch mit dabei. Und danach sind Kuchen-Militante, sein Kameramann und ich essen gegangen. Und dann meinte sie so, ja, sie hat auch mal voll Bock, bei Top Tier zu battlen. Geil. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann wollte sie als erstes gegen einen Fleischesser. Und dann habe ich gesagt, nein, gibt's nicht. Das hatten wir schon zweimal bei 4x7. Ich will dich kreativer erleben. Du machst gegen einen Veganer, was da deine Engels sind. Und dann habe ich halt Fortune gefragt und der hatte dann auch direkt Bock. Und dann, ja. Das ist ein super Battle gewesen. Also auch für alle, die jetzt gerade zuhören und sich das noch nicht reingezogen haben. Natürlich jetzt online, schon auf YouTube am Start unbedingt abchecken. Ich war auch sehr positiv überrascht von ihrer Leistung. Das hat sie gut gemacht. und Käffchen kommt jetzt hier. Merci. Yes, yes. Siehst du, wir sind so perfekt aufgestellt. Wir haben unsere Bediensteten, die uns hier Kaffee bringen. Der Chef wird Pasha-mäßig hier bedient. Ich merke das, ja. Was ist mit dir los? Ich quatsche. Das war alles nur Spaß. Herrlich, herrlich, ja. Nee, auf jeden Fall geil, weil, guck mal, das kannst du auch wieder mit dem Boxsport vergleichen zum Beispiel. Da gibt's ja auch hier die, gerade auch im internationalen Sektor, gibt's ja die Paul-Brüder hier, Jake Paul, Logan Paul, die dann da auch irgendwie Boxkämpfe veranstalten und mit ihrer riesen Reichweite halt auch, sagen wir mal, Werbung auch für den Sport machen, wieder mehr Präsenz haben und dadurch hast du vielleicht dann auch mehr Aufmerksamkeit, kannst mehr Gage zahlen auch an die Leute, die jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht in dem Main-Match sind, sondern vielleicht mehr so in der, ich weiß nicht, wie man das nennt, dann Prelims oder sowas auch, die dann da stattfinden. Das kann eigentlich sehr fördernd werden, dann auch für die Battle-Rap-Szene. Ist dann natürlich die Frage, Ja, es hat gerade auch voll die Diskussion in der Battle-Rap-Szene, ob das Hip-Hop ist, weil sie ja keine Rapperin ist und ob man ihr eine Plattform bieten darf und ja, da hab ich auch viele Diskussionen schon geführt. Es ist ganz normal, wie Thierse, du hast ja selber gesagt, sobald es ein bisschen in die kommerziellere Schiene geht, sobald man ein bisschen ausbricht aus dem Untergrund und vielleicht auch mal ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen, keine Ahnung, mit Gewinn rausgeht aus einer Nummer, ein bisschen vielleicht mal Profit macht, auch nicht nur alles für einen Apfel und ein Ei oder nur drauf zahlt, dann ist man direkt hier sehr, ja, das ist ja Kommerz, ist das noch Hip-Hop? Und dann geht's auch wieder darum, da muss man erst mal gucken, was hat denn der oder die Influencerin gemacht? Dann kann man wieder bei der militanten Veganer kann man wieder tausend Sachen finden, die man euch dann vorwirft, als ob ihr das gemacht habt und alles drum und dran. Das Internet ist der Wahnsinn, ey. Es ist wirklich, und ich glaube, das hat wirklich auch seit hier Lockdown und alles passiert ist, ist es schlimmer geworden. Das war, das war, glaube ich, so vor vier, fünf Jahren war es noch nicht so krass wie jetzt. Also die sind alle irgendwie gefühlt durchgedreht hier, ja, gerade so YouTube-Kommenter funktionieren und so weiter, kannst du ja kaum noch geben, ja. Ja. Ja, also es ist nicht wirklich, also ich weiß nicht, was das bringen soll halt, ne. Also ich finde halt strange, wie viele oder wie oft das Gewichtungen ergibt, weil gerade bei anonymen Geschichten ist es so eigentlich völlig belanglos, weil man weder geprüft hat, ob er volljährig ist, ob er geistig auf der Höhe ist, ob er überhaupt ein Troll ist oder nicht. Also da gibt es überhaupt keine, ne, irgendwas, keine Referenz, dass er überhaupt fähig ist, eine repräsentative Meinung abzugeben, sag ich mal. Ob der das Video gesehen hat, ob der das Battle gesehen hat, ob der den Song gehört hat, man weiß es nicht, ja. Genau, da sollte man sich nicht drauf, da sollte man nichts drauf geben so, aber wenn jetzt jemand da bekannt ist oder jemand mit seinem Namen und seinem Gesicht dasteht und eine Meinung vertreten will, kann man natürlich gerne darüber diskutieren, besonders wenn jemand auf Hip-Hop-Polizei machen will, bin ich dafür natürlich gerne zu haben. Das glaube ich, ja. Also auf jeden Fall hier nochmal offiziell an der Stelle Influencer, falls ihr Bock habt, ja, Top-Tier-Takeover, euch mal da auf der Bühne zu battlen oder sowas, ja, meldet euch gerne bei Tierstar oder Magda und bekundet Interesse hier, Insta-DMs oder irgendwas anderes hier an der Stelle. Ich würde mich sehr freuen, weil es gibt bestimmt den ein oder anderen Battle-Rapper, den sie vielleicht sogar in den Schatten stellen und da den Druck aufzubauen auf die, ne? Und Marvin, würdest du denn mal ein Battle machen? Oh, jetzt setzen wir die Pistole auf die Brust hier. Ich meine, gibt es irgendwen, den ich nicht leiden kann, wo ich mir dann vorstellen könnte, ein Battle zu machen? Ich glaube nicht. Ich mag ja alle, ich liebe ja alle. Bei mir ist ja eine Love, Peace and Harmony. 24-7 am Start, ja. Muss ich mal gucken, ob ich in Zukunft vielleicht irgendeinen Gegner finde, bei dem ich, also ich muss, also wenn ich ein Battle mache, würde ich das schon gerne gegen jemanden machen, den ich nicht leiden kann. Oder sagen wir mal, wo es zumindest eine Vorgeschichte gibt, wo es zumindest irgendwie ein Problem gibt oder wo es einen Streit gibt, der dann damit vielleicht auch beiseite gelegt werden kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bette gegen Twizy zum Beispiel, das wäre für mich nicht interessant, weil den Bruder liebe ich ja. Also ich meine... Ihr könnt ein Two und Two machen. Also ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Die Idee hatten wir auch schon lange. Ach, jetzt würde ich, ob die umgesetzt wird. Man kann das von mir aus auch direkt so auch vermarkten, indem man, sagen wir mal, einen Influencer, einen erfahrenen Battle-Rapper an die Seite stellt, der ihn Sensei-mäßig coacht, ne, so, dass man das halt alles so ein bisschen auch zusammen aufbaut und dann gegeneinander so stellt und das auch von vornherein offen mit Karten gespielt wird, welche Lines da genommen werden und so weiter. Und am Ende stehst du aber trotzdem selber im Ring und musst halt performen, ne, so. Und ich glaube, wenn man das halt so macht, dann ist so ein bisschen mein MC gegen dein MC. Ich meine, die ganze A Cappella-Geschichte hat so angefangen. Nochmal vielleicht eine kleine Geschichtsstunde für die Leute, die es nicht wissen. Es war Jay-Z und der Three-Way of Cassidy halt, ne, so, das war halt das erste Ding halt, ne, so, und das hatte damals keine Regeln und da hat sich halt herauskristallisiert auch, dass Punchlines ein bisschen mehr von Bedeutung sind als Flows und so weiter halt, ne, und so das ganze A Cappella-Ding gestartet, wo dann später auch die Ligen drauf aufgebaut wurden. Und so in der Art könnte man vielleicht so, also wie Swissbeats und, ähm, Jay-Z, äh, Cassidy und Three-Way gegeneinander battlen lassen haben, vielleicht mal so zwei erfahrene Battle-MC's, die zwei Influencer an den Ring schicken. Das wäre auf jeden Fall eine nice Story, die wir gerne umsetzen würden. Ja, safe. Das ist geil. Das klingt gut auf jeden Fall. Ja, ich, äh, also wie gesagt, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist auf den nächsten Deutschland-Trip auf jeden Fall mal auf eine Veranstaltung nochmal kommen, ja, und, äh, natürlich dann jetzt auch mit dem Background, dass wir uns jetzt auch kennen, ja, da können wir uns auch mal in den Armen liegen und können auch miteinander kommunizieren und ich bin nicht nur so im, äh, Backstage einer von Twizzys Kumpels oder sowas, ja, und, ähm, das, äh, das machen wir auf jeden Fall, ne, und dann mal gucken, vielleicht gibt's in der Zukunft irgendeinen Beef, der dann bei euch auf der Stage gesettet werden kann hier. Ja, jetzt haben wir jetzt schon mal ganz kurz über ihn gesprochen, der gute Twizy, ne, da gab's ja auf jeden Fall auch ein bisschen Trubel beziehungsweise ein bisschen natürlich negative Presse an der Stelle, ja, denn es kam auf der Jubiläumsveranstaltung zu einer unschönen, ja, unschönen Auseinandersetzung, ne, so zwischen Twizy und Roos, die halt damit endete, dass Twizy von mehreren maskierten Männern dann auf dem Weg zum Auto angegriffen und geschlagen wurde und getreten wurde und alles drum und dran dazu laufen die Ermittlungen, soweit ich weiß, bezüglich noch, also, ähm, natürlich gibt's jetzt da keine großen Täter, ähm, Zuweisungen hier an der Stelle, ne, das wird sich dann mal herausstellen, gibt es Lehren, die ihr da rausgezogen habt, auch heute noch, nach so vielen Jahren Veranstaltungserfahrung mittlerweile, gibt es da überhaupt etwas, was ihr besser machen könntet, um sowas in Zukunft zu vermeiden? Also, wir haben ja schon im Vorfeld unser Bestmögliches, äh, glaub ich, getan, so, weil wir, die Stimmung im Vorfeld war ja schon sehr, sehr angespannt und ich hatte auch, äh, Tage davor schon sehr viel mit Twizy telefoniert und, ähm, hab dann ja auch, äh, mit Tierster geredet und daraufhin mit unserer Veranstaltungsleitung auch und dann haben wir ja extra auch mehr Security, ähm, bestellt gehabt, bestellt, also, der Location Bescheid gesagt und, ähm, hatten ja auch extra, normalerweise sind unsere Backstage-Bereiche ja auch nicht, äh, so groß und wir haben nicht so die Kapazität, äh, da viele verschiedene Bereiche zu machen, da wir ja auch selbst ein sehr großes Team sind, einen Teamraum brauchen, einen Raum brauchen, wo wir unseren ganzen Stuff hin, äh, legen und, ähm, deswegen haben wir dann extra auch schon dafür gesorgt, dass sowohl Cassius Clay als auch Jasis mit seiner Gruppe einen extra Raum hat, äh, um zu gucken, dass die sich schon währenddessen aus dem Weg gehen, dass es nicht schon vor der Show, während der Show zu irgendwelchen Beef-Situationen kommt und, ähm, ich weiß noch, dass, ähm, beim ersten Battle, also Cassius kam mit seinen ganzen Leuten relativ früh schon zum Einlass, die hab ich dann reingeholt und beim ersten Battle hat dann, äh, Jasis mich angerufen und meinte, dass er jetzt da ist und dann hab ich auch Jasis durch einen anderen Eingang reingeholt, als ich Cassius reingeholt hatte und, ähm, hab dann Jasis auch direkt, äh, mit seinen ganzen Leuten in den Raum gebracht und dort sind Jasis, Ruth und seine Leute auch die ganze Zeit, äh, geblieben und Twizy ist beispielsweise auch den ganzen Abend auf der Bühne geblieben und ich weiß noch, es gab so eine Situation, ähm, da hatte Twizy Rückenschmerzen, meinte, ob ich ihm irgendwie eine Schmerztablette besorgen kann und dann meinte er halt, meinte ich halt zu ihm ja, äh, komm kurz mit an meine Tasche im Backstage, dann geb ich dir die raus und er meinte so, nee, ich geh nicht ins Backstage, ich will nicht, dass es davor schon, ich will nicht, dass es eskaliert, äh, so, ich, ähm, ich geh den Leuten da aus dem Weg nicht, dass es irgendwie zu Streitigkeiten kommt und, ähm, ich glaube, das war so das, was wir gemacht haben, du hast da auch noch ein bisschen was, äh, ich weiß gar nicht, also, ähm, ähm, was auch immer, man kann, also ich brauche da eine konkretere Frage, denn, äh, alles, es ist nichts in der Veranstaltung passiert, während in der Location ist nichts passiert, wir sorgen immer dafür, dass innerhalb so gut wie wir können nichts passiert, aber ich denke, jeder, der Veranstaltung macht und das sieht man auch bei größeren Events und Festivals und es gab ja oft irgendwelche verfeindeten Rap-Gruppen, die auf dem Festival aufgetreten sind und so weiter und dann hat man die einen auf den Samstag gelegt, die anderen auf den Sonntag oder sonst was halt, so alles, was die Leute dazwischen machen, so, ähm, in diesem Fall war es halt wirklich, ähm, was mich halt besonders gestört hat, auch wenn es draußen passiert ist und nach der Veranstaltung passiert ist, so, ähm, trotzdem stört mich die ganze Geschichte, also innerhalb der, äh, innerhalb ist nichts passiert, so, wir tun immer und alles, dass da bei uns, äh, die Gäste, dass da nichts passiert und ich, ähm, also weil ich öfter gehört habe, dass wir die Situation unterschätzt haben sollen, ich hab auch erst kurz vorher erfahren, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit drin sein soll, denn es ist nichts Ungewöhnliches, dass zwei Rapper, die Beef haben, auf einer Veranstaltung sich treffen, besonders im Battle-Rap-Kosmos, dann battelt man, geht man auf die Bühne und so klären wir das halt in der Hip-Hop-Szene halt, ne, so, wenn jetzt Leute von außerhalb, die nicht mal auf Teil der Veranstaltung waren, so, im Nachhinein auflauern und sonst was, ne, so, ähm, das ist halt, also wie weit kann man denn da präventiv vorgehen, ne, was kann man denn da machen halt, ne, so, ähm, das ist die große Frage und, ähm, wir tun da auf jeden Fall immer unser Bestes und in der Regel, wie gesagt, passiert auch gar nichts mit Battle-Rap, weder mit der Battle-Rap-Community noch mit den MCs, wir haben noch nie eine Schlägerei zwischen MCs gehabt auf der Bühne, wir freuen, oder Backstage, ja, oder Backstage oder sowas, ne, äh, schlag mich doch, äh, fass mich doch einmal an und schlag dich durch, du brauchst, das ist so das Schlimmste, so, weißt du, so, wenn mal Emotionen hinkommen, so, wenn einer einmal krass berührt, wir hatten eine Schubserei mal gehabt, also nicht mal bei uns, aber bei anderen, da wurde mal ein bisschen Wasser jemandem ins Gesicht gekippt oder sonst was, halt, ne, so, aber, ähm, großartige Eskalation, wie wir das aus der Rap-Szene kennen, ne, wo Rapper mit Drücken und dies und das halt, ne, so, das gibt's in der Battle-Rap-Szene nicht, da ist wirklich Peace, Love, Harmony, auch sehr viel Toleranz und so weiter, wenn da mal einer aus der Reihe tanzt, ist das, ähm, verhältnismäßig, äh, ziemlich lächerlich, ne, bei all dem Gewaltpotenzial, was es sonst schon in der deutschen Rap-Historie gab, ne. Ne, klar, deswegen war ja meine Frage, ja, gibt es überhaupt etwas, was ihr machen könnt, aber mir würde jetzt auch nichts einfallen, ja, weil, wie du schon sagtest, ne, ihr habt auf jeden Fall schon vorab und auch während der Veranstaltung dafür gesorgt, dass zumindest halt auch die verfeindeten, jetzt in Anführungsstrichen, äh, Gruppen, äh, separat halt, äh, abgetrennt sind voneinander und da nicht irgendwie aufeinander hocken müssen im, äh, im Backstage, ja, wie so, keine Ahnung, so ein paar Hände in so einem viel zu engen, äh, Käfig oder sowas und, äh, ja, deswegen, also einfach nur natürlich nochmal Appell an alle, ja, benehmt euch hier einfach, wenn ihr irgendwo zu Gast seid und, äh, dann, ja, lasst uns doch alle eine schöne Zeit haben und Hip-Hop celebraten. Genau, und wenn halt sowas passiert, dass man sagt, ey, da ist jemand auffällig geworden, und dann kann man halt im Nachhinein drauf reagieren, Aber niemand, der Beteiligten oder sonst was, wo wir sagen, ey, das ist doch der Typ, der bekannt dafür ist, Leuten die Fresse zu polieren, den würden wir halt nicht da reinlassen, wenn es irgendeine, äh, Drucksituationen gibt halt, ne? Genau, das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dann halt einfach da Konsequenzen auch zu ziehen, aber das, äh, macht ihr ja genau richtig. Ähm, dann lass uns mal noch ein bisschen, äh, auf jeden Fall auch über, äh, die, äh, YouTube-Präsenz, äh, der, ja, der Marketeers da reden, ja, weil da ist, äh, auf jeden Fall, also es gibt ja viele Kanäle, ne, äh, die du halt auch betreibst, was, 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 kannst du uns da ganz kurz hier mal einen Überblick geben, äh, welche Kanäle es alles gibt und, äh, was die, ich hab, ich hab selber keinen Überblick. Ich wollte gerade sagen, also der erste YouTube-Kanal, also neben Rapper Mittwoch und Top-2-Takeover halt, ne, so, ähm, hab ich meinen eigenen Tierstar-Kanal dann, äh, gehabt halt, wo ich auch, ist doch nur Rap, was ich vorhin angesprochen hab, schon damals, äh, so die Street-Battles und so veröffentlicht hab und jetzt eigentlich, ja, ja, da mach ich halt, was ich will, der Unterschied ist halt zu Top-2-Germany, dass ich da jetzt, also Top-2-Germany ist sehr Rap und Hip-Hop bezogen, auf Top-2-Germany haben wir, äh, mit Tizzy zum Beispiel ein Format In The Building, ne, da geht's wirklich um die anderen Elemente, da lädt viele B-Boys ein und Writer und sehr viel für die Culture halt, ne, und so weiter, ne, dass da ein bisschen mehr Augenmerk auch darauf kommt halt, ne, so, ähm, wir haben die Top-10-News wieder zurückgeholt, die Battle-Geschichten sowieso, Gia, ne, bester Host und so weiter, Freestyle-mäßig macht ihm da keiner was vor, ne, so, ähm, der leitet da durch den ganzen Abend und, ähm, und natürlich auch mein Podcast, ne, so, ähm, dass wir sehr Hip-Hop und Rap bezogen auf Top-2-Germany sind. Bei meinem Tearstar-Kanal mach ich, was ich will, also da, ähm, gehe ich, äh, weiche ich aus mit Into Deep zum Beispiel, jetzt, wo ich auch mehr Leute interviewen kann, weil es ist oft problematisch mit Rappern, sag ich mal halt, ne, so, was Interviews angeht, ne, wem sagst du das, ja, und, ja, genau, du weißt Bescheid, ne, und, ähm, ich weiß nicht, es kann auch ein bisschen mal den Spaß an der Sache nehmen, das erste Mal, dass ich öffentlich drüber reden konnte, war, äh, bei Lars, ne, so, weil er die Geschichte selber öffentlich gemacht hat und das ganze Ding dokumentiert hat, da konnte ich mal so einen kleinen Einblick geben, wie problematisch das oft sein kann und da gibt's halt noch viele andere Beispiele und bei Into Deep kann ich halt mit Leuten reden, ähm, die jetzt, sag ich mal, wo Image und sowas nicht so eine große Rolle spielt, wo man nicht tausend Mal drüber guckt oder von irgendwelchen Leuten absingen lassen muss oder sonst was halt, ne, ähm, und das macht, also da lege ich halt gerade ein bisschen mehr Fokus drauf, das heißt nicht, dass ich aufhöre mit, äh, Rap-Podcasts, ne, ist immer noch jeder willkommen und ich bin auch nicht penibel, was Schneiden angeht oder sowas halt, ne, wenn jemand irgendwas raushaben will, soll er machen halt, das soll nicht so klingen, dass ich irgendwie dagegen bin, aber es gibt auch Ausmaße, die übertrieben sind halt, ne. Ja, voll, wenn du halt so ein Interview so derartig zerstückelst, dass da halt wirklich auch so der komplette Gesprächsfluss raus ist, ich muss sagen, Gott sei Dank, ja, hatte ich das bisher auch, ähm, ja, relativ selten und wenn dann auch bei Leuten, die, sagen wir mal, jetzt nicht zu den größten Rappern gehört haben, ja, also da, ähm, hätte man jetzt vielleicht gedacht, dass so ein Bushido zum Beispiel oder so, dass der jetzt, äh, 70 Schnittauflagen hatte oder sowas, das war gar nicht der Fall, aber, ähm, klar, es macht Sinn, also ich bin, ich bin gar kein Freund davon, ja, und, äh, da gab's so andere Leute, so, äh, Ruse oder so, hat auch damals so, äh, über seine Zeit von HipHop.de erzählt, dass da auch ganz, ganz viel immer Leute kamen, die dann auch teilweise so drei, vier Jahre nach dem Interview gesagt haben, ja, kannst du das mal bitte offline nehmen, weil, äh, da seh ich nicht cool aus, oder so. Ja, also es ist noch eine Sache, wenn jemand den Mund zu voll nimmt halt, ne, das ist sein Ding, aber ich weiß jetzt nicht, wie kritisch du vorgehst, aber ich hab schon den einen oder anderen mal unangenehme Fragen gestellt, auf die er nicht, ne, auf die er nicht Antworten hatte und im Nachhinein halt dann sagt, ey, äh, ich, also, Argumente aus einer Diskussion rausnehmen, ist wieder eine andere Sache halt, ne, und es verfälscht auch die Diskussion halt, ne, weil ich im Nachhinein oft höre, ey, warum hast du das abgenäht, warum hast du denn dagegen nichts gesagt und du denkst, ey, soll ich mal jetzt veröffentlichen, was da war halt, ne, so, und man will den ja auch nicht, ähm, irgendwie bloßstellen, ne, so, Interviewgäste sind für mich keine Battlegegner, ne, da geh ich genau im Gegenteil vor, ähm, du hast vorhin die Savashtour angesprochen, da hab ich zum Beispiel dieses Auf Glatteis ein bisschen reingebracht, hab ich mich, ich will nicht sagen, dass ich das erfunden habe, ich hab mich da auch ein bisschen an amerikanischen Battlerap halt orientiert, ne, dieses Ding, dass du ein Thema eröffnest, wo du dich besser auskennst als dein Gegner, ihn vielleicht sein Klugscheißer-Instinkt ein bisschen triggerst mit einer halben Line halt, auf der er selbstbewusst antworten will und dann haust du halt dein Fachwissen raus, bang, 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 ne, so, und beim Interview ist es genau umgekehrt, ich lass mir gerne was erzählen von in Bereichen und Themenfeldern, wo sich mein Interviewgast besser auskennt, oder was genau sein Ding ist, wo er aufgeht halt, ne, so, und das sollte halt mehr in diese Richtung gehen, aber es gibt wirklich oft, ähm, also einige Male Beispiele, wo ich, ähm, Sachen entkräftet habe, beziehungsweise, man kann schon von Hops nehmen, sprechen halt, ne, indem Sachen behauptet wurden, die ich ganz klar widerlegt habe und danach gesagt wurde, ey, das kannst du nicht, also bitte nicht rausbringen, sowas halt, ne, und ich will hier jetzt niemanden irgendwie diskreditieren oder sonst was halt, aber, äh, wenn ich hab hier 20 Podcasts rumliegen und so weiter und da irgendwann reicht's, weißt du, was ich meine so, ähm, was die ganze Vorarbeit auch angeht und dann andere Sachen dafür abgesagt werden und dann sagt er das ab und so weiter und wenn du wochenlange Arbeit immer wieder wegschmeißen musst, dann, ähm, irgendwann reicht's halt, ne, so, und das ist Ding, weißt du, so, früher waren die Medien halt, weißt du, so, früher mussten Rapper, also, war noch ein bisschen angewiesen auf Medien, um die Fanbase zu erreichen, ähm, durch Social Media und so weiter muss, es gibt ja auch viele, die gar kein, viel erfolgreich auch, die gar keine Interviews machen, weil, also, weil sie oft, ähm, nicht alles in Einklang bringen könnten mit ihrer öffentlichen Figur oder dem Image oder ihrer Musik und sonst was, Kunstfigur, dies, das, ähm, aber, das ist halt so, ich will nicht in diese Hofberichterstatterrolle kommen, ne, es gab einmal einen Fall, der wirklich übertrieben war mit so Liste an Fragen, die ich stellen sollte, ne, da hab ich mich gefühlt wie ein Reporter aus Nordkorea oder sowas, hast du einen Fragenkatalog da vorbekommen, so, so soll das Interview dann sein, oder was? Ach, ich will jetzt keinen Hops nehmen, aber wie spontan auf diese eine Frage geantwortet wurde, war echt schon lächerlich dann, so, aber das ist echt eine gute Frage, das ist echt, das ist echt, das ist echt, also, ja, also, ich meine so, also, wie gesagt, ich meine, mit Leuten verstehen, warum ich sage, ich mach das vielleicht immer weniger und will halt was anderes machen und gerade, als ich den neuen Channel alles aktenkundig aufgemacht hab, dann halt, ne, so, wo ich auch ein bisschen mehr im Hintergrund bleiben kann, was mich besonders freut, weil ich ja nicht immer Haare schneiden muss oder sowas, aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern, wo wir Real-Life-Stories erzählen, die unter die Haut auch oft gehen, da hab ich sehr viele interessante Leute getroffen, die krasse, eine krasse Lebensgeschichte haben und, ähm, das ist irgendwie auch ein Mehrwert, der für mich dann, also, der mir auch mehr bedeutet, ne, wenn dann, wo ich denke, krass, wie hat, warum, also, das kennt dann halt keiner, äh, wir können auch nicht mit einem Namen werben, also, wir erreichen keine Halbfans damit, aber ich find die Geschichte zu wichtig und zu bedeutsam, äh, die, die muss eine Plattform bekommen halt, ne, da muss irgendwie auch Leute, die relayen können und so weiter, wenn ich da halt, ähm, ähm, Props bekomme, dann, ähm, freu ich mich, dann reicht mir das auch schon dafür, ne, so. klar, klar, klar. Ne, also, ich find auf jeden Fall, du machst das hammergeil und ich, äh, guck mir sehr, sehr gerne deine Videos an, weil du natürlich auch so eine Gesprächsführung hast, wo man dann das Gefühl hat, okay, das ist schon so irgendwie, das ist wie ein Talk, ja, ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie da sitzt, wie der RTL aktuellen Nachrichtensprecher, der da gerade irgendwie Politiker XY zu Thema, äh, YZ interviewt, sondern man merkt schon, das ist ein Talk, ja, das ist ja auch etwas, was ich, äh, in meinem Format, sagen wir mal, auch eher antizipiere, dass man das Gefühl hat, okay, hier gibt's ein Gespräch, eine Art Podcast, ja, und nicht irgendwie ein stumpfes, äh, Interview, äh, Frage-Antwort-Schema oder sowas, das ist schon sehr, sehr geil, aber du hast natürlich recht, ja, wenn, äh, äh, es Leute dann gibt, die, die einem vorschreiben wollen, ähm, was dann alles rauskommen soll und dich dann vielleicht auch durch die Schnitte in einem viel schlechteren Licht dastehen lassen, als du eigentlich in dem, äh, Interview abgeliefert hast, ja, dann ist es etwas, wo ich dann auch sage, ey, das, äh, so etwas würde ich, äh, in Zukunft auf jeden Fall nicht machen wollen, ich hab auch, ich glaub, das letzte Mal, dass ich irgendwas aus einem Interview rausgeschnitten habe, boah, lass mich lügen, das ist, also, das ist locker zwei oder drei Jahre her, ja, dass ich, äh, also jetzt aus den, äh, Taunauts, äh, glaub ich, hab ich gar nichts rausgeschnitten, jedenfalls nicht auf Anweisung des, äh, Gegenübers, ich hatte, ähm, ich hab, glaube ich, so zwei, drei Schnitte mal gemacht, hier und da, wenn ich einfach das Gefühl hatte, okay, das Thema ist vielleicht irgendwie im Sande verlaufen oder, oder es war halt auch einfach meine Pause, ja, so unsere Pause von vorhin, die werde ich natürlich auch nicht drin lassen, logischerweise, aber davon reden wir ja gar nicht, es geht ja darum, dass wir hier sagen, okay, hier wird, das ist ja eine Art Zensur dann halt, ja, so derjenige möchte sich als, äh, krass darstellen, ja, aber, ähm, eigentlich, ja, äh, haben wir dann so als Interviewpartner dann doch mehr Kontra gegeben, als derjenige dann lieber publiziert hätte, aber, ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, also es soll auch gar nicht, äh, ausatmen in die Richtung, wie gesagt, ne, so, aber wenn halt Behauptungen aufgestellt werden, die dann widerlegt werden und so weiter und dann das halt rausgenommen wird oder halt, ja, also gerade bei einer Diskussionssache, ich hab kein Problem, wenn einer den Mund zu voll nimmt, irgendwelche Rapper beleidigt und danach denkt, okay, krass, äh, das, äh, bitte raus, da hab ich kein Problem damit, genauso auch bei politischen Inhalten, wo jemand vielleicht undurchdachte Sachen gesagt hat oder sowas, alles in Ordnung, also ich schick das einfach hin, schick rum die Zeit, ich leite weiter, Katta, dies, das, ne, so, aber das sollte trotzdem mal auch im öffentlichen Bewusstsein da sein, deswegen, ähm, rede ich auch darüber, weil dann halt, wenn mir zulast gelegt wird, dass ich auf irgendwelche Sachen nicht, äh, eingegangen bin, obwohl das sein Wunsch war, dass diese Thematik halt, äh, nicht rauskommt, dann sollte das auch kommuniziert werden halt, ne? Genau, genau, dass man halt da selber auch keine Schuld hat. Du hast auf jeden Fall, ähm, ja, es ist ein guter Überblick, äh, gegeben, gerade über die ganzen, äh, YouTube-Kanäle, da hast du gerade auch schon den, äh, Kanal Alles Aktenkundig erwähnt, das ist auf jeden Fall auch ein Kanal, den ich, äh, sehr empfehlen kann, da hast unter anderem auch du selber, äh, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was es da, äh, bei dir auch für berenzliche Situationen in deiner Vergangenheit, äh, gab, die, sagen wir mal, zu den Momenten wahrscheinlich dann zählen, auf die du weniger stolz bist, ähm, da geht's um, äh, Notwehr, Messerstecherei, Strafe dann dafür bekommen, ähm, du warst eigentlich, äh, warst du, glaube ich, für, dann insgesamt irgendwie über sechs Jahre oder so, äh, verknackt worden, hast aber dann eins abgesessen, weil du, äh, glaube ich, dann, ähm, ähm, weil dir dann doch deine Unschuld nachgewiesen wurde, ne, also du hast auf jeden Fall eine, ja, schon heikle Vergangenheit, hast du das Gefühl, dass du damals, äh, irgendwie Probleme hattest, deine Aggressionen unter Kontrolle zu haben, weil, wenn man jetzt, wenn man jetzt so merkt, so, so, man, 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 man merkt jetzt so den Tierstar so von heute, du wirkst so geruhig, äh, du wirkst so ruhig, du wirst so geerdet, ja, so, man kann sich das gar nicht vorstellen, ja, dass du damals so ein, so ein Messerstecher warst, war das so, äh, warst du einer dieser Angststecher oder warst du einfach jemand, der gerne in, äh, Trouble kam oder hattest du Probleme, deine Aggressionen unter Kontrolle zu haben oder was, was glaubst du, woher hat, hat das so, äh, also das ist ein krasses, ja, also das ist so eine Kontextgeschichte jetzt, ne, die, glaub ich, man sich in fünf Minuten abhaken kann halt, ne, wenn man, äh, Leute, die aus einer anderen Welt kommen, hab ich natürlich, ist ganz klar, dass da kein Verständnis dafür da ist halt, wo man denkt halt, ey, aber wenn du so eine Art Kriegssituation aufwächst und das vergleiche ich wirklich West-Berlin, der 80er, 90er, Gang-Mentalität, wenn rechts und links neben dir fast alle Messer haben und auch sehr oft vor deinen Augen jemand abgestochen wurde und auch Leute sterben dabei, dann ist das halt ein, ein, da entwickelt man ein anderes Bewusstsein halt dafür, sag ich mal und, ähm, natürlich ist das nix Schönes und ich freu mich da, also die Leute, die in so einen Strudel und so einen Kreislauf gefangen sind, ist, äh, die Hölle, ne, ähm, das ist halt sehr, sehr schlimm, aber wie gesagt, diese ganze, ähm, Gang-Geschichte und so weiter, das ist halt kein Spaß, ne, so, und, ähm, und das ist halt sehr verrückt, wie Jugendliche leichtsinnig, ähm, in Trouble geraten halt, auch oft wegen gar nix, ne, vor, ähm, Gerichtssagen, die oft wegen niederen Beweggründen wird da einer niedergestochen, da geht's manchmal nur um wirklich stumpfe Beleidigungen und so weiter, schief angeguckt oder so, ja, ja, schief angeguckt, ne Mutter wird beleidigt, ne Klingel wird gezogen und, äh, das war's halt, ne, so, und, ähm, sich da aus der Situation, äh, rauszuwinden, halt, ist keine leichte Angelegenheit, ne, wenn jemand, also, mal gesehen hat oder beziehungsweise dabei war, wie auf engen Raum, äh, engen Raum mit Hieb- und Stichwaffen agiert wird, ähm, der entwickelt vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf, halt, ne, so, weil sowas ist halt keine sollte keine Normalität sein, halt, ne, aber leider gibt's wirklich Ecken überall, besonders in Großstädten, wo man auch auf geistuskranke, verrückte, auch auf Psychopathen trifft, halt, ne, also, ähm, weißt du, so, Gewalt ist, also, immer ein großes Problem, wenn Leute da, ähm, komplett ausrasten und unkontrolliert handeln, halt, ne, so, und, ähm, und schlimm sind halt die Leute, die in diesen Strudel halt gefangen sind, halt, ne. Also war's mehr so dem Umfeld geschuldet, dass du heute in einer, sagen wir mal, in einer brenzlichen Gegend aufgewachsen bist, wo du, äh, wo das so an der Tagesordnung war, wo das, ähm, wo es halt ein Problemviertel war, ja, dass du sagst, okay, hier, hier rennt sowieso jeder mit dem Messer rum, deswegen muss ich auch, ja, ehe ich Opfer werde, werde ich Täter, so in der Art, oder? Naja, was heißt, ähm, ähm, weißt du, so, es gibt natürlich die Leute, die, äh, diese Fälle, wo aus Unterdrückten Unterdrückkehr werden, Gemobbte werden irgendwann zum Mobber und so weiter, ähm, aber natürlich ist die Gegend, wo ich herkomme, Kurfürstenstraße, Potsdam, Potsdamer Straße, ne, ähm, gibt mit immer noch Berichte über die ganzen Prostitutionen dort und, äh, Drogen und Kriminalität, vor meiner Tür wurden Leute erschossen, als Kind hab ich schon einen Kopf wurde gefunden im Sandkasten und so weiter, das sind Sachen, die kein Kind sehen sollte halt in seiner Gegend und so weiter und dort, also, Pallas und so in den 80er, 90ern war auch nochmal anders, aber ich denke, das ist jetzt nichts, ähm, es gibt auch in vielen anderen Großstädten, ähm, viele problematische Ecken, wo verwahrlost alles passiert und wo viel Gewalt ist und wo viel Kriminalität herrscht und so weiter, ähm, und es ist ja nicht so, dass, ähm, also natürlich, ähm, es gibt, es ist schlimm, ich weiß nicht, also es gibt ja, was soll, eine Frage an die Politik halt, ne, wie man sowas unter Kontrolle bekommt, ne, äh, Leute von außerhalb, die da vielleicht schreien dann immer so, die da oberflächlich einen Blick drauf haben, vielleicht, äh, schnell, äh, was weiß ich, Polizei, Knast, am besten alle lebenslängig wegsperren und so weiter, so ist es ja nicht, ne, die Leute werden vielleicht weggesperrt, kommen noch schlimmer raus aus dem Knast und so weiter, das ist ja nicht immer, äh, die einfachste Lösung halt, ne, wenn da einer jemand ein paar Jahre gesessen hat, die kommen ja raus, die Psychopathen teilweise, Knast ist ja auch nichts anderes als eine Gangsterschule meistens, ne. Hm, 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 Ne, macht Sinn auf jeden Fall, du hast ja auch, ähm, gesagt, und das, das ging so, so um die zehn Jahre, wo du wirklich so sagen würdest, du warst intensiv halt so auf der, äh, kriminellen Bahn, wann war dann für dich so der Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, okay, ich muss jetzt hier was ändern, wann, wann war so, wann hat es für dich Klick gemacht, so ey, ich, äh, na ja, mein Leben. Der Wunsch war ja immer da, ne, also, wenn du als Kind, weißt du, so ist ja oft so, dass Leute, wenn sie aus einem kaputten Haushalt kommen, ich bin auch selber fünf Jahre im Heim gewesen in der Kindheit und hab da auch schlimme Sachen gesehen, erfahren und so weiter halt, ne, das macht ja alles was mit der Psyche und so, wenn du dann aufwächst und so und, äh, dann irgendwie auch nur Anschluss findest in einer bestimmten Ecke und so weiter, aber ich sag mal so, bei mir war das schon irgendwann der Fall, dass ich auch, ähm, ich denke, es ist eine Art Anerkennung, die nötig ist, wenn die Leute vergessen werden, wenn du nur Leute hast, die nicht an dich glauben, die dich runtermachen und so weiter, ne, so, dann landest du irgendwann in einer Ecke, wo vielleicht alle sich gegenseitig dann runterziehen ne, so, und, ähm, es ist wichtig, dass, ähm, man vielleicht auch nicht vergessen wird und dass es Leute gibt, die an einen glauben und da vielleicht auch rausziehen und wenn man dann, wie in meinem Fall auch, ähm, sehr gute Menschen kennenlernt, ne, dann, ähm, gerät man, sind die Chancen geringer, dass man wieder zurückfällt und rückfällig wird halt, ne, weil man sich dann denkt, weißt du, wenn die Einzigen, die dich respektieren und dich akzeptieren, irgendwelche Gangster sind, dann ist dir vielleicht scheißegal alles andere, ne, aber wenn du auch gute Menschen hast, die an einen glauben, dann denkst du dir, ey, ich werde jetzt hier nicht aus Verzweiflung irgendeine dumme kriminelle Tat begehen, äh, weil ich jetzt das Geld nötig hab oder mich sonst wie unter Druck gesetzt fühlt oder die sogenannte Ehre, die immer mit ins Spiel kommt, ey, der hat mich beleidigt, ich muss mich jetzt verteidigen und sonst ist mein Ruf auf der Straße, weil ich meine, weißt du, wenn du Drogendealer bist, ne, und dich abziehen lässt, weißt du so, dann musst du dein Ding irgendwie verteidigen und du bist in diesem Teufelskreis gefangen, wenn du nicht dein Geld dann wieder reinholst und so weiter halt, ne, so, aber wenn du es schaffst, raus aus dieser kriminellen, aus dieser schiefen Bahn, aus diesem Teufelskreislauf, dann ist das nicht mehr wichtig, so, weißt du, was ich meine so, deswegen können das vielleicht auch normale Bürger gar nicht nachvollziehen, wo man sagt, ja, wie kannst du ausrasten wegen einer so einer respektlosen Beleidigung oder sowas halt, ne, aber wenn jemand nichts anderes hat als den Respekt, den er sich da in seinem Ghetto verdient hat, so, ne, dann hat er halt nichts anderes und dann definiert er sich eventuell nur darüber und das ist problematisch schlimm, traurig. Was würdest du Kids, die jetzt vielleicht auch so in dem Punkt sind, wo du damals warst, was würdest du denen raten, um vielleicht halt auch nicht die Fehler zu machen, die du gemacht hast, ja, und dann halt auch irgendwie hinter schwedischen Gardinen zu landen, ich meine, klar, man kann jetzt nicht uniform sagen, es gibt eine Universallösung, aber gibt es vielleicht so zwei, drei Gedanken, die du den Kids da draußen mit auf den Weg geben würdest? Naja, das kann man nicht, wie du gerade gesagt hast, Patentrezept gibt es da nicht halt, ne, aber wenn es Menschen gibt, die einem was bedeuten, dann sollten sie vielleicht nach, sich vorstellen, was die Leute von einem erwarten halt, ne, wenn ein Jugendlicher sagt, ich muss jemanden schlagen, weil er seine Mutter beleidigt hat, sollte er vielleicht lieber daran denken, was seine Mutter tut, wenn er im Gefängnis ist, oder wie sie sich dabei fühlt halt, dass das wichtiger ist, was die Menschen, die an einen glauben, von einem denken, als die Menschen, die einen sowieso helden und hassen, ne, so, es ist ja nicht so, dass du dann damit irgendwas Positives bewirkst, ne. Ja, klar. Ne, das ist ein guter Tipp, ja, halt einfach zu überlegen, ey, ist denn deine Ma dann stolz, wenn du denen dann krankenhausreif schlägst, der dich anzeigt und du in den Knast wanderst und sie dann ihren Sohn vermisst oder sich Sorgen macht um ihren Sohn, ob sie ihm im Gefängnis gut geht, natürlich nicht, ja. Der Ma, die Mutter, die Frau, ähm, ich kenne auch viele, die es geschafft haben, den Absprung, weil sie Kinder bekommen haben, die, auf die sie unglaublich stolz sind und da ist kein Straßenbeef es wert, dieses Kind zu verlassen, ähm, und dann im Gefängnis zu landen halt, ne, so, ähm, da ist vielleicht die Priorität sollte dann darauf liegen, deshalb, also, man braucht was Größeres, was Wichtigeres, so sag ich mal, um da nicht rückfällig zu werden. Hm, hm, nee, es macht Sinn, auf jeden Fall schön, dass du dich da rehabilitiert hast und auch wieder, sagen wir mal, äh, mittlerweile, ja, ein bisschen, ähm, ja, du bist auf jeden Fall angekommen, kein Ärger mit dem Gesetz mehr und alles drum und dran, das ist super, ich meine, äh, es gibt ja einige Beispiele auch, äh, aus der Rap-Szene, ja, wo so etwas halt auch stattgefunden hat, ähm, und dann, ähm, finde ich es auch gut, ja, dass dann in der Rap-Szene halt auch da genug Empathie herrscht, um hier keinen zu canceln und so weiter, es gab ja da dieses Beispiel, zum Beispiel von Waisel, ja, der, der war mal in einer Schlägerei verwickelt, ich glaube vor der Diskothek oder so, hat einem da in die Fresse gehauen, der ist unglücklich gefallen, ist verstorben, war dann wegen Totschlag mehrere Jahre, dann halt auch hinter Gittern und, ähm, da weiß ich noch, ja, da gab es dieses Beispiel hier von, äh, Shazabi, ne, kennt ihr vielleicht noch diesen Podcast, äh, von Jule Wasabi und Falk Schacht, da haben die dann auch so diskutiert, ja, darf der dann überhaupt noch in der Öffentlichkeit stattfinden, ja, ähm, darf man so einem noch eine Bühne bieten oder nicht und ich bin der Meinung, ja, selbstverständlich, also, äh, wenn er seine Strafe dann abgesessen hat, Reue zeigt und sich natürlich dann auch von solchen Taten distanziert und auch durch, durch, ähm, Taten, sagen wir mal, in der Gegenwart halt zeigt, okay, der Mensch hat sich geändert und der sticht jetzt hier nicht gleich den nächsten ab, sobald er rauskommt oder sowas, dann, äh, ist doch gut, ja, weil sonst kann man den ja direkt an Geigen hängen, ja, wenn man denen, äh, gar keine Bühne mehr geben möchte oder dem gar nichts mehr erlauben will. Das ist ja ein Cancer Culture, so in der Art, weißt du. Ich hab den Zusammenhang nicht verstanden, weil jemand in seiner Vergangenheit gewalttätig war, darf er nicht rappen oder was? Genau, so war, weil, weil der war ja in, äh, vier Blocks dann gecastet und das war der Streitpunkt, ja, wo die dann gesagt haben, mh, darf man den jetzt hier in vier Blocks überhaupt noch, äh, äh, casten, darf der da eine Rolle kriegen, der hat ja eine sehr gute und der hat auch eine geile Rolle gehabt, der hat ja, der hat ja super gespielt, ja, also, Waze hat, äh, komplett rasiert in vier Blocks, das hat mich komplett überrascht und, äh, da war dann halt die Diskussion, mh, naja, der war bei meinem Knast und der hat mal das und das gemacht, das finde ich eigentlich nicht gut, dass sie den da überhaupt casten, wo ich mir denke, Alter, komm, mach den Kopf zu ihr, also der Podcast existiert ja auch nicht mehr und das ist auch gut so, den vermisse ich auf jeden Fall nicht. Also, äh, ich verstehe den Zusammenhang, also, ein bisschen, klingt sehr weit hergeholt halt, es gibt sehr viele, die den Absprung gerade durch Rap geschafft haben von der Straße und, äh, das ist, das ist Hip-Hop, ne, also, ja, weißt du, Anti-Hip-Hop-Einstellung, ja, ja, voll Anti-Hip-Hop, ja, wenn du dem sonst alles wegcancelst, was bleibt dem dann? Naja, weiter kriminell zu sein. Ja, dann musst du ja wieder Gangster werden. Das ist ja das, was ihr wollt dann, oder was? wirklich dumm, crazy, crazy. Also, den Zusammenhang habe ich, erschließt mich jetzt hier auf jeden Fall nicht. Ja, safe, safe. Aber wie gesagt, das ist auch ein sehr problematisches Thema halt, ich glaube, das kann man nicht so nebenbei so, ähm, wirklich behandeln und, ähm, also, da kann man sehr weit in die Tiefe gehen, ne, so. Ne, safe, also auch gerade auch deine Geschichte, wer sich dahingehend noch auf jeden Fall, äh, weiter vertiefend, ähm, reinhören möchte, da gibt's auf jeden Fall, ähm, einiges an Content von dir, wie gesagt, gerade auf alles aktenkundig, da gibt's auch, äh, von dir, eine, äh, anderthalb Stunden, äh, Talk-Session, wo du einfach mal so deine ganze Geschichte erzählst, das ist, glaube ich, auf dem Tierstart-Channel, ich weiß nicht mehr, auf welchen deiner 70 Kanäle das ist, aber, dahingehend kann man sich auf jeden Fall nochmal reinhören an der Stelle, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal in die Fanfragen über, weil ich hab ja, äh, natürlich auf Instagram noch eine miese Fragerunde gestellt, hab euch angekündigt, dass ihr euch hier, äh, eingefunden habt, den Weg in die Taunau gefunden habt, und, äh, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen, seid ihr ready? Yes. Bin ich mal gespannt. Okay. Erste Frage, oh, die, die ist gleich, ne, Mammutaufgabe, wann holt Tierstart endlich PA Sports und Oxi Miron zu einem gemeinsamen Battle? Mach doch mal endlich, ja. Also, ich hab's ja mal geschafft, die beiden in ein Interview zu bringen, richtig. Da haben wir zusammen gesessen, das war bei Bruce, ne, ähm, eine Was-Los-Folge mit Zinnik, genau, ne, äh, da haben wir eine schöne Runde gemacht, und da sind, äh, überraschende Sachen, also, aber da gab's halt zwischen denen kein bisschen Competition-Gedanke halt, ne, wo man sagt, okay, die beiden würde, das würde Sinn ergeben halt, ne. Voll, oh, das wär ein Mammut-Ding, Alter, Junge, Junge, ich glaub, das würde dann, na, der wärste wahrscheinlich dann auch im, äh, ukrainischen Fernsehen so, Naja, das ist, wo wir hinbringen wollten, und auch Oxi, der ist ja gekommen halt, der hat Kollegah in dem Interview herausgefordert gehabt, ne, und, da wollte er halt, weil er macht unglaubliche Zahlen, der hat, der erlebt dieses komplette MC-Ding, ne, der macht wirklich übertrieben Hallen voll, Stadien, 10, 20.000 Leute und so weiter, halt, der ist grad auf Welt-Tournee, ne, ist trotzdem bereit zu battlen hier, und wir finden keinen Gegner, weißt du, also ich, auf unterschiedlichen Sprachen auch, ja, also er sagt ja nicht zu, PA Sports, ja, dann, äh, lern doch mal Russisch oder sowas, nein, ja, er hat auf Englisch gebattelt, und er will der erste MC werden, der dreisprachig battelt, und wir finden in seiner dritten Sprache keinen auf Deutsch, auf großer Ebene, der sich, also, ich sag ehrlich, wenn ich in L.A. mit den Leuten rede, oder in London und in St. Petersburg, Moskau, wo ich nicht schon überall war, äh, mit der Battlefine, ich, es ist, es wird immer schwieriger, die deutsche Rap-Szene zu verteidigen, im internationalen Vergleich, ich fühl mich manchmal wie in so einem Dorf, ne, wo die sagt, ey, das ist voll der krasse MC, geh mal in die Großstadt, da gibt's, äh, fünf von dir an jedem Block, ne, oder an jedem Bezirk, ne, so. Das stimmt schon, ja, äh, crazy, crazy, okay, äh, nächste Frage, was wurde aus deiner kurzen Zusammenarbeit mit HipHop.de? Du hast ja auch mal, äh, warst kurz mal bei HipHop.de und hast da mal auch Interviews gemacht und so weiter, ne, aber es ist nicht aktuell, ne? Ne, schon lange nicht mehr, aber, äh, das war, so kam ich auch, ne, ne, also, das war nice, ne, so, ich hab, mit sehr vielen coolen Leuten dort Interviews gemacht und so, ähm, bisschen schwierig, das alles unter den Hut zu bringen, ähm, deswegen, aber nach wie vor, also, ich war auch letztens jetzt noch, ähm, jetzt auf dem Splash, haben wir einen Talk gemacht, da war einer Club dort, ne, so, ähm, cool, mit Debo und, ja, ja, das war mit, also, das war richtig nice halt, ne, so, da kann man auch auch in der Channel angehen, also, immer wenn da was, ist immer cool mit denen, ne, wenn, wenn da was ansteht, bin ich am Start. Ja, okay, sehr gut. Alright, nächste Frage, warum dreht er, warum dreht er so durch, wenn Bushido was sagt, obwohl im Deutschrap jeder über jeden talkt? Ja, ich hoffe, das muss man jetzt nicht nochmal aufräumen, wie gesagt, äh, ich hab ja gesagt, da waren so ein paar kleine, äh, Erwähnungen vorher und so mit diesem negativen Unterton immer, wo ich nichts drauf gebe, aber dieses Mal ging es nur um Vorwürfe, die doch gerade gestellt werden mussten und wurden ja auch und deswegen ist einfach, also, man braucht es nicht hier heißer kochen, als es war. Denke ich auch, ich glaube, das über dich reden, äh, das stört dich per se nicht, sondern eher das Wie halt, ne, weil das gehört dazu. auch nicht wie, auch wie, also, auch meinetwegen, so, wenn du eine schlechte Meinung hast, hey, mach was, singen, so, weißt du, also, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Person ist, eine enge Person, eine nahe Person, jemand, der einem krass was bedeutet, ne, so, dann, ähm, hab ich nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie da rechtfertigen muss, so, wenn da Antipathien da sind, aber, wenn Vorwürfe erhoben werden, ähm, von, in einem größeren Rahmen, sag ich mal, jetzt nicht in irgendeinem kleinen Podcast, oder in einem kleinen, von irgendeinem Reactor, oder irgendwelche, so, dann juckt nicht, ne, dazu. Ne, macht Sinn. Nächste Frage, wie, wie finden die beiden Online-Rap-Battles, wie das JBB zum Beispiel? Willst du das sagen? Also ich hab, also es ist ja, eigentlich sagt man ja, es wäre meine Generation, aber ich hab JBB und VBT, äh, nie verfolgt. Also ich hab wirklich, das alles nicht mitbekommen. Klar hab ich damals so ein bisschen was von Esther mitbekommen, weil er ja auch Saarländer ist, aber, ähm, so nicht, also als ich Fortune oder Asien interviewt hab, hab ich zum ersten Mal VBT-Battles geguckt, für die Vorbereitung. Also ich war mal einer Hook dabei, bei Battleboy Basti. Ah, krass, VBT halt, ne, so, aber wie gesagt, dieses Ding war auch nie mein Film halt, ne, so, also der, so, alles was, Rap ist, ist cool halt, ne, so, ich freu mich, Kapitition, dies, das, so, aber, ähm, ja, Video-Rap-Battles, ähm, ist jetzt nichts, wo wir jetzt besonders, was wir besonders krass fanden, äh, vor allen Dingen, weil ich das auch nur von hier kenne halt, ne, so in anderen Ländern gibt's so was nicht, ich weiß nicht, warum das hier so gezogen hat. Ja, crazy, also das, das wird's von euch nicht geben, mal so ein Online-Battle-Rap-Turnier, wo jetzt Video gegen Video, Runde gegen Runde kommt, oder sowas, oder was? Also, so ein Musik-Competition-Ding finde ich schon nice, ne, so, so, weiß ich nicht, wenn jeder rappt und so, und das ist ein Ding, ist so, aber jetzt wirklich auf, sich gegenseitig fertig machen mit Lines, so, da bin ich schon eher ein Freund von Face-to-Face, ne? Ja, klar, hat schon auch eine ganz besondere Atmosphäre, ihr hattet aber dann natürlich auch einige Leute da, die, wie du ja schon gerade sagst, das ist ja, äh, unter anderem Asiate, ne, Fortune, die dann halt aus dieser Video-Rap-Battle-Szene, ja, äh, Online-Battle-Rap-Szene zu euch auf die Stage gesteppt sind, Cassius Clay hat man vorhin auch erwähnt, natürlich, erste Battle gegen Cynic, dann, äh, ist schon dann was anderes, ne, auf jeden Fall. Ja, Battleboy Bastion so auch, Asiate auch viel gerappt, aber er hat jetzt kein Live-Battle gemacht, aber generell hat man gesehen, was für Unterschiede, was die Kriterien angeht halt, ne, worauf es in einem Live-Battle ankommt halt, und, äh, dass sie in einem Video-Battle wieder ganz andere Geschichten gezogen haben, ne? Ja, klar, ja. Okay, nächste Frage, wie würden die beiden ein Rap-Battle zwischen Animus und Lars finden? Das hat Animus ja mal im Raum gestellt, ne? Dass er das gerne machen würde. Was glaubt er? Wäre das etwas, was zünden würde? Also zünden, ja, ich würde sofort vermarkten, wenn beide Bock drauf hätten halt, ne, ähm, aber, ich halte es für unrealistisch. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, auf Anhieb, ne? Äh, Lars hat nach wie vor, was ich auch sehr strange finde, und er gegen die Szene spricht, ähm, seit über zehn Jahren die größte Einzelleistung abgeliefert, wo die, an die anscheinend irgendwie keiner rankommt. Crazy. Äh, die einfach so krass Schule gemacht hat, dass das ganze analytische Konzept und so weiter übernommen wurde und so, ne? Und so, ne? Zwisch anderen Battles und der Einfluss ist halt sehr, sehr groß. Äh, Lars hat viele, auch heutige Battle-Rap-Stars, äh, überhaupt da hinzugebracht und so, und viele haben sich daran orientiert und so, an ihm und, ähm, es ist, glaub ich, ein großes Ungleichgewicht, also, ne, wenn jetzt einfach aus nichts, ähm, also ich kann schon verstehen, dass Lars jetzt denkt sich so, ey, warum, ne? So, ne, das ist, ähm, es gibt Möglichkeiten, wie man vielleicht Lars dazu bekommen könnte, aber dazu müsste Animus vorliegen, und, äh, ich glaub, das hat er, also wir hatten ein Gespräch darüber, und das hat er dann halt auch an Bedingungen geknüpft, und deswegen halte ich die ganze Geschichte für unrealistisch. Okay, ja. Ja, ich glaub auch, dass Animus, wenn er vielleicht so, so ein, zwei andere Battles vorher hätte, und da komplett seine Gegner filetiert, dass das vielleicht dann auch spannender für so ein Lars wäre, und er dann Lars auch direkt nach diesen Battles dann immer nochmal herausfordert, ja, komm, trau dich, äh, 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 du Feigling oder sonst sowas, dann wäre das vielleicht etwas, was ein bisschen interessanter wäre, wobei natürlich auch bei Lars jetzt so, nach dieser Drop-Dynamic-Geschichte, okay, da gab's dann nochmal dieses, dieses Hafti-Ding beim Soundclash, aber ansonsten, soweit ich mitbekommen hab, war der jetzt auch nicht mehr so aktiv, als Battle-Rapper on Stage, ne, das ist auch irgendwo weird. Ja, natürlich kann man, ähm, die Legitimation da ein bisschen in Frage stellen, halt, ne, also, ich muss ehrlich sagen auch, dass ich, ich hab's öfter schon gesagt, wenn du wirklich King sein willst, musst du einen King besiegen, und im Idealfall deinen Titel auch verteidigen, ne, so, ähm, deswegen, ich hab jetzt nicht gesagt, dass es das beste Battle war, ne, das wird auch öfter missverstanden, halt, aber ich denke auch, dass der Weg zum Battle-Rap-Thron nicht dahin führt, zu sagen, ey, ähm, fordere den heraus, der vor elf Jahren die beste Einzelleistung abgeliefert hat, sondern einfach selber abliefern, und dann, wenn die Stimmung wächst in der Szene, dass man sagt halt, ähm, ey, das ist auf ähnlichen Level, beziehungsweise es hat halt die Einzelleistung getoppt, dass da über 50 Prozent auf jeden Fall dieser Meinung sind, und dann dieser Druck wächst und sagt, okay, wer ist denn jetzt hier der wahre King, und dann kann man so ein King-Battle machen, das wäre natürlich, das ist der Weg halt, wie man, ja, wie es da hinführt halt, ne, würde ich sagen. Ja, das wäre geil. Ja, mal schauen, vielleicht klappt es ja doch irgendwie noch, er hat ja irgendwie auch gesagt so, wenn dann aber nur in Dubai, wo ich mir auch so denke, okay, Bruder, das meine ich mit Bedingungen halt, so funktioniert das halt nicht, egal wer, egal wer, etabliert, Industry, Rapper, Underground, Battle MC, was auch immer, wenn du battlen willst, und wenn du zeigen willst, dass du der Krasseste bist, dann findet sich ein Weg, als ob Lars gesagt hat, ich battle nur, wer war denn davor, hatte denn so einen Status gehabt halt, weißt du so, dass er einen davon herausgefordert hat, hat er auch nicht gesagt, da hat er gesagt, ey hier, Drop Dynamic hat gerade dreimal abgeliefert, Hattrick, Metric, dies, das, gib mir, weißt du was ich meine, wenn du der Krasseste bist, dann zeigst du es egal bei wem, weißt du so, dann wirst du abliefern, und sagen alle, wow, das war aber ein Klassenunterschied halt, ne? Das macht, das gibt's aber, da gibt's auch enorme Unterschiede jetzt, so in der Szene, auch unter den Battle Rappern, manche sind sehr picky in ihrer Gegnerwahl, so, und manche sagen so, mir ist scheißegal, ich hab einfach Bock zu battlen, und will mich beweisen. Das meine ich, du zeigst nicht deinen, weißt du, dass du es drauf hast, wenn du sagst, ich will nur gegen einen boxen, weißt du so, wenn du krasser Kämpfer bist, dann kämpfst du, und dann zeigst du, wie krass du kämpfen kannst, und du kämpfst nicht nur gegen den, wo du sagst, ey, ich hab hier gegen den drei Infos in der Hinterhand, und deswegen zerstör ich den, so, sondern, egal wer halt, ne? So, wenn du wirklich sagst, weißt du so, wenn du innerlich, also nach außen das vertreten wirst, was du vorgibst zu sein, ich bin der krasseste Rapper, dann, also, ja klar, 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 gut, alright, nächste Frage, wie gut ist Tierster mit Flair befreundet? Wie gut, woran macht man das fest? Ich glaube, ich glaube natürlich, die Frage ist natürlich auch geschuldet, wahrscheinlich auch den häufigen Interviews oder sowas, ja, die Leute, ich weiß jetzt nicht, die Frage war ein paar Mal so drin, ja, so wortgemäß, ja, ob ihr jetzt hier täglich hängt, oder ob ihr euch einfach nur gut versteht, oder sowas, ich glaube da, guck mal, das ist ja auch bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mit Bushido einen Podcast, das heißt aber auch nicht, dass ich mich mit dem jeden Tag anrufe, oder wir jeden Tag zusammen uns schreiben, ey, was machst du gerade, Bro, was hast du gerade an, oder sowas, ja, da haben die Leute immer schnell auch einen falschen Eindruck, weißt du. Also, wir machen sehr gerne Interviews zusammen, wenn er mich anruft, irgendwas promoten will, oder sonst was halt, ne, die sind halt sehr beliebte Interviews von Flair halt, ne, so, ich glaube, der Eindruck entsteht halt, wenn die auf den Top 2 Germany Channel gehen, das glaube ich von den 10, zwölf beliebtesten Interviews da, die Hälfte fast von Flair ist halt, ne, so, und, ich glaube, deshalb entsteht dann dieser Eindruck, der, so, ne, so, aber, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, halt, ne, deswegen, also, wie auch immer, an was auch immer das festgemacht werden, die Leute das festmachen wollen, ne, so, ähm, ja, wie, also, es macht immer wieder Bock halt, ne. Alright, sounds good. Wann gibt es wieder ein Battle von Tierstar? Hast du noch mal Bock, ans Mic zu steppen, selber auch, und ein paar Barsch zu spitten? Ach, ähm, also, größtenteils, also, ein Battle ist für mich auf jeden Fall auch sehr aufwendig immer gewesen, und so, und es gab nichts mehr, was mich großartig gereizt hat, in dem Sinne, dass ich jetzt hier einen Battle-Rap-Status verteidigen will, oder sowas, ähm, es gibt keinen, wo ich jetzt sage, halt, okay, ähm, ich, ich will den zerstören, halt, ne, so, ich hab keinen, also, ich hab so oft gebettelt, dass, äh, dass ich, so, es gab immer dieses, früher war's ja schon, wenn du zweimal nicht gekommen bist, bei Rapp am Mittwoch, dass die sagen, ah, wirst du, hast du Schiss wieder, und so, die 9 sind voll krass, ich kann, also, das ist für mich nichts cool, äh, so, ich hab nichts, was mich reizt zu einem Battle, ich hab auf Deutsch, auf Englisch, früher hat mich mal noch ein russisches Battle gereizt, halt, ähm, weil das war wirklich eine neue Herausforderung, die ich so noch nicht hatte, aber das ist jetzt auch mittlerweile, ähm, nicht mehr aktuell. Crazy, okay, also nichts geplant hier an der Stelle. Äh, und noch eine schöne Abschlussfrage auf jeden Fall, welche Battles sollte man als Neueinsteiger unbedingt gesehen haben? Nennt man vielleicht, äh, nennt man vielleicht 3, ja, lass uns das mal reduzieren. äh, muss man unterscheiden in 3 Freestyle Battles und 3 A Cappella Battles. Ja, ich glaube, ich glaube, ja, mach gerne Freestyle und A Cappella getrennt, genau. Ähm, genau, also, um den neuen Freestyle Hype so ein bisschen mitzubekommen, also die neuen Talente vom Freestyle, sollte man auf jeden Fall Wallik gegen MyTP auschecken. Das war ein ziemlich starkes Battle, oder? Entschuldigung. Ja? Ja, mach du, sag du was. Okay, ähm, dann, ähm, sollte man auf jeden Fall auch, äh, Chrom gegen MyTP anschauen. Das war auch ein sehr krasses Finale, das über 9 Minuten im Freestyle ging. Alter, krass. Äh, sehr, sehr nice. Es ging auch gut hin und her. Und um so ein bisschen Hype, äh, zu sehen, wie eine Crowd ausrasten kann, wenn eine Freestyle Line und ein Konter krass knallt, äh, LBB gegen No One. Ja, Mann. Äh, das sind, also, es gibt noch mehr, viele Gear Battles und so, Notice muss man auf jeden Fall erwähnen. Cassius Clay hat auch krasse Freestyle Battles und viele andere. Aber, ähm, bei den Rittens würde ich sagen, wenn du wirklich gar nichts weißt und die drei beliebtesten und größten Acapella Ritten Battles sind halt, ähm, Lars Drop, ne, die Leistung von Lars, ne, ähm, das Rapper Mittwoch Battle und zwei Top-Tier Battles, äh, Noah gegen 4-7 und, äh, 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 ne, also, das sind die größten, also, nach Aufmerksamkeit YouTube-mäßig und so weiter halt, ne, äh, Battles, die da stattgefunden haben. Ähm, und, ja, da, also, ich mag halt diese Tension halt, ne, da ging's halt um was und Clap gegen Finch ist wirklich, da spürst du's bei Noah. Finn gegen Bong Taggi, das Freematch. Freematch, genau so, ne, es gibt noch viele andere, auch bei Dilltilly und so weiter, wo das Niveau auch sehr hoch ist, ne, ähm, deswegen, also zum Einstieg halt, würd ich sagen, das sind halt die beliebtesten, Freestyle Battles, Jizzy und, äh, gegen Gia mag ich voll das erste Top-Tier-Battle. Ja, Mann. Also, es ist eine Menge halt, ne, aber wenn's jetzt um den Einstieg ist. Es ist sehr schwer runterzubrechen bei vielen Battles. Ja, genau, es ist für uns halt schwer, weil ich würde eher an die, äh, untere Schiene oder nerdige Schiene gehen halt wieder. Klar, 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 klar. ne, so, da gibt's sehr, sehr viele krasse, aber, ähm, wenn du jetzt halt nach Aufmerksamkeit nach den größten Rap Battles fragst, dann sind das halt definitiv diese drei Battles. Zwei Top-Tier-Battles, ein Rapper-Mittwoch-Battle. Ja, ich glaub, die haben auch, ähm, die sind leicht zugänglich, weißt du, da brauchst du kein, äh, kein Know-how, du brauchst kein Battle-Rap-History-Know-how für diese drei Battles. Da kannst du nämlich als Laie direkt reingehen, also die drei sind nicht. Warum ich das sage, ich, äh, das ist, ähm, jetzt nicht, ich würd nicht sagen qualitativ immer die Besten, weil für mich so als Fan, ich mag das, wenn's sehr auf Augenhöhe ist und wenn im Nachhinein sehr diskutiert wird halt, ein Kato, ne, so, wenn beide einfach abliefern, ähm, aber es ist halt oft so, dass die Leute das mögen, wenn eine komplette Zerstörung stattfindet und irgendwie es keine zwei Meinungen gibt halt, ne, das war schon bei Voll über Deutschland so, Teil 1 war so das Battle, ne, Greg Pipe hat's voll herausgestochen, äh, bei Teil 2 war das, ähm, Fahrt halt, ne, so auch der übertrieben halt abgeliefert hat, ne, so, und, äh, Teil 3 war auch Liquid sehr krass und so, ne. Ja. Kann man, das weiß ich mag da. So, und, äh, Liquid ist mein absoluter Lieblingswirt. Ja, genau. Und so, deshalb, also. Starker Rapper, ja, safe, safe. Ne, ich glaube auch gerade bei diesem, äh, Clapp und Finch-Ding, äh, war das halt auch so geil, weil der Clapp irgendwie gefühlt anderthalb Meter kleiner ist als Finch, aber da so den, äh, so die Eier auf den Tresen legt, wie Sinnig sagen würde, ja, das ist spektakulär, also das ist, äh, das ist wirklich etwas, Ja, das war ein geiler Abend, so, das, äh, war auch so, ähm, da war ich nicht im Team an dem Abend dran, ich spreche, ich konnte mir einfach die Battles angucken, das war, Ja, das kann ich bei Dilltele gerne machen. Sehr gut, sehr gut, da sind wir auch schon wieder durch hier, die Zeit ist ja wie im Flug, äh, vergangen hier, haben wir auf jeden Fall ein, äh, schönes Themenspektrum hier abgebildet, ja, Dankeschön auf jeden Fall an euch beiden für, äh, diesen wunderschönen Talk, ich hoffe, euch hat's auch ein bisschen Spaß gemacht hier an der Stelle. Voll, ich bin überrascht, wie nerdig das wurde, wir sind ja richtig in, äh, Dieb gegangen halt, ähm, so, äh, da ist, also, oft schneiden wir die Sachen ein bisschen oberflächlicher an halt, ne, und, äh, auch die Themenfelder waren sehr, waren sehr abwechslungsfrei. Hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und es war ein schöner Talk und nicht ein Abarbeiten von Fragen. Nee, nee, Town Hall represent. Ja, genau, richtig, richtig und natürlich, äh, freu ich mich dann auch drauf, äh, wenn wir uns dann auch endlich mal hier zu Gesicht bekommen bei meinem nächsten Deutschland-Trip, das kriegen wir auf jeden Fall hin und, äh. 13. April im Lido in Berlin. Genau, das war, glaub ich, der Plan, ne, das war das, ja, genau. Ihr habt ja irgendwas, ihr habt im März noch ein, eine Veranstaltung, ne, die hat aber nicht gepasst, äh, zeitlich bei mir. Hamburg. Das war Hamburg, genau. Hamburg, 23.03. Gizzy gegen Rapstar. Genau, ja, wurde gesagt, dass Rapstar will das unbedingt judgen, ja? Also, der will es unbedingt judgen. Geil. Genau. Da ist so ein bisschen wieder dieses Feuer drin, ne? Ja, 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 das ist das, was ich meinte vorhin, ja? Da gibt's dann halt auch, klipp und klar gibt's da Sieger und Verlierer und da geht's um was. Geil. Da geht's um was, genau. Ja. Hamburg, Bloodsport. Also, äh, da gibt's auch schon die Tickets, äh, sind schon im Vorverkauf? Ja. Ja, kann man natürlich dann auf jeden Fall auch, äh, auf YouTube hier den Link mit rein scheppern, müsst ihr mir dann auch nochmal schicken. Schick ich dir. Ja, mach's über WhatsApp oder Insta oder sowas, genau. Genau. Und, äh, ansonsten, ja, checkt, äh, die, äh, 47 Kanäle ab von Tierstar auf jeden Fall. Da gibt's eine Menge Content zu entdecken, ja. Wenn euch der Talk hier gefallen hat, natürlich lasst ein Like und ein Abo da und, äh, kommentiert. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr, äh, über diverse Sachen denkt hier. Und ansonsten sind wir raus. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und... Danke. Peace. Peace. Seid lieb zueinander. Peace. 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 Vielen Dank.